51. Lebensjahr immer noch begeisterter Hörer, hoffe ich. Es gibt tatsächlich Videos, die noch ein Jahr älter sind als ich. Ja, der ist gerade 50 geworden, der Michael. Genau, so, jetzt sind wir auch live, oder sollten live sein, auch wenn auch niemand zuschaut, also niemand kann uns winken sehen. Jetzt können die erst uns winken sehen. Ja, jetzt, genau. Also, herzlich willkommen zu einer sensationellen Ausgabe von der täglichen Dosis SEO. Wir haben heute echt wieder eine richtig coole Geschichte vor uns, ein Live-SEO-Audit. Total geil. Wir haben ja mehrfach schon darum gebuhlt, dass sich Leute doch bei uns bewerben für ein öffentliches, für ein Public-SEO-Audit. Und ja, einer hat zugeschnappt, und zwar der Rüdiger. Unser Stammhörer, der Rüdiger, hat für uns ja auch schon mal die Brighton-SEO zusammengefasst, hat er klasse gemacht. Und genau, jetzt we return the favor und nehmen mal seine Seite auseinander, beziehungsweise die Seite seines Arbeitsgebers, Arbeitsgebers, Arbeitgebers. Wer dann auf der Hans reinkommt, schön, dass du drin bist, lieber Hans. Geiler Shoutout auch für uns. Danke. Dafür, auf LinkedIn habe ich das gesehen, genau so schlau wie Markus Tandler, hört den SEO-Date-Podcast. Muss man aber auch reinkommen. Also wirklich, der Hans hat sich da richtig viel Mühe gemacht, um nochmal so das letzte Jahr Revue passieren zu lassen in Bezug auf die Sichtbarkeitsentwicklung, positiv wie auch negativ von ganz vielen Seiten. Also von dem her sollte man sich wirklich anhören. Aber ich gehe davon aus, dass sowieso alle SEO-Date-Stammhörer seid. Genau, so gehört sich das. Der Heiko ist auch mit dabei. Servus Heiko, klasse. Cool, dass du auch wieder mit dabei bist. Und natürlich sind auch viele im Stream dabei, wie zum Beispiel der Axel, ein sonniges Hallo in die Runde. Das wünsche ich dir auch. Bei uns schneid's. Ich weiß nicht, wo du eine Sonne siehst, lieber Axel. Aber mein Neid ist bei dir gewiss. Hallo und einen besonders lieben Gruß an Rüdiger. Genau, da gibt es nämlich noch eine Special Connection. Wir haben ja hier quasi Public SEO-Audit. Und dann habe ich lustigerweise in ganz vielen der Serbs von Rüdiger, habe ich auch den Armin gefunden, mit Kaiser Kraft. Dann habe ich gesagt, du Rüdiger, also erstmal saugeil, dass du deine Daten hier quasi öffentlich machen lässt. Ja, aber kleiner Disclaimer, der Armin ist immer auch dabei und der ist da auch in ein paar Serbs. Der findet es dann richtig interessant. Und was sagt der Rüdiger? Ja, das ist einer unserer besten Kunden. Also sozusagen hier, wie gesagt, nicht SEO-mäßig, sondern die Firmen miteinander. Aber so muss es sein. So macht es Spaß. Na, Michael, na klar, bin absolut der tägliche Dose SEO-Fanboy. Geil. Auch die nächsten 50 Jahre. Haha, geil. Sehr gut. Zu deinem 100. Geburtstag kriegst du dann auch ein Special-T-Shirt. Ja, also das ist 50 Jahre Stammhörer. Genau. Der Sebastian freut sich schon. Audit wunderbar. Moin. Genau. Vergiss deine Reihenfolge. Aber genau, freu dich drauf. Das wird richtig gut. Und der Christoph ist auch mit dabei. Moin, moin. Und by the way, bei Ostwestfalen scheint die Sonne. Schau mal an. Da muss man doch mal nach Ostwestfalen. Paderborn und so alles ist Ostwestfalen. Schöne Gruß in meine alte Heimat Bielefeld. Geil. Da kommst du jetzt nicht mehr. Geil. Aber hoffentlich kein Arminia-Fan, oder? Ja, also. Absolute Arminia-Fan. Oh, wow. Mein Highlight. Ich habe auch keine andere Chance, als Arminia-Fan zu sein. Nein, mein herzliches Highlight. Mein herzliches Highlight. Warum sind die Haare so drauf? Geil. Ja, also ich will auch gleich gar nicht viel labern. Ich habe ja auch gestern wieder viel gelabert. Bei übrigens, bei uns, Schneibs, Meulzeit. Der Jakob, mein Lieblings-SEO-Slash-Spielwarenhändler. Genau, ist auch mit dabei. Sehr gut bei euch. Schneibs, bei uns auch. Genau. Er leitet übrigens die Grüße weiter an Gesamt-Bielefeld. Das ist doch was. By the way, Bielefeld, wo ist Osterhofen? Ja, Osterhofen fehlt. Just saying. Ja, also wir vermissen Osterhofen. Bielefeld jibbet nicht. Doch, das gibt. Ich habe mal, damals, 1999, 2000, habe ich ja so Seminare für Geschäftskunde der Deutschen Post gehalten. Homepage und E-Commerce. Erfolgreich online. Und da war ich unter anderem auch in einem Direktmarketing-Center in Bielefeld gebucht. Ja, bin da auch mit dem Zug hingefahren. Also Bielefeld gibt es. Genau. Also nicht, dass Leute jetzt... Das heißt, jetzt müssen wir dir das sozusagen glauben. Was? Genau. Müssen wir glauben, dass es Bielefeld gibt. Der Matthias ist auch mit dabei. Hallöchen aus Dresden. Leider noch kein Schnee. Die Kinder warten schon. Ja, bei uns auch. Also ich hoffe wirklich, dass es noch exzessiver schneit und wir heute noch eine Runde Schlitten fahren können. Und der Amel ist dabei. Guten Tag. Ganz förmlich. Guten Tag, lieber Amel. Cool, dass du mit dabei bist. Der Christoph, der Fahnen zugeben. Ja, sogar eine ganze Menge. Existierendes Schienennetz der Deutschen Bahn AG. So, aber without much further ado. Also erstmal natürlich saukool, dass ihr alle mit dabei seid, dass ihr euch auch auf dem Wart, dass ihr mitkommentiert. Das freut uns natürlich ganz besonders, weil wir sitzen hier im Keller. Sprechen in einen Computer rein. Also von dem her ist richtig cool. Wir wissen, dass ihr da mit dabei seid. Und wie gesagt, wir haben heute ein besonderes Schmankerl für SEO-Afficionados, weil wir machen ein Live-SEO-Audit. Und den Ralf müssen wir noch begrüßen. Mahlzeit. Gute. Immer was Neues. Und by the way, der Oliver ja auch. Moin aus dem verschneiten Potsdam. Na geil. Dann auch Grüße zurück nach Potsdam. In Berlin schneit es sowieso immer recht viel. Habe ich gehört. Dann kann man dann auf dem Kreuzberg-Schlitten fahren in Berlin. Ich glaube schon. Egal. Auf jeden Fall. Warte mal. Hier ganz kurz. Der F-Christoph war noch gut. Die Bahn hat uns ja auch Brücken mitten auf Feldern stehen. Die machen viele komische Sachen. Ja, genau. Und sehen wir uns nicht in diese Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Alter, Ugo-Lichberg-Schweiler. Sehr geile. Wenn sie fahren. Okay, gut. Jetzt wollen wir mal nicht hier die Deutschen. Es geht hier um SEO. Und nicht um, egal. Da fängt mal einfach was an. So. Also. Wir haben ein richtig cooles Audit. Und wie gesagt, der Rüdiger, coba-europe.com, beziehungsweise die deutsche Variante mit der coba-europe.com tut ja auch mehrere Länder, mehrere Regionen abdecken. Wir haben uns nur den deutschen Part entsprechend ganz genau angeguckt. Und da nochmal hier initial vielen herzlichen Dank, lieber Rüdiger, dass du dich dazu bereit erklärt hast, weil ich sage das ja immer wieder ganz gerne. Wir haben immer diese großen Co-Update-Analysen, was weiß ich auch immer, wo wir quasi einfach nur auf die Makro-Ebene gucken. Welche Seiten gehen runter? Welche gehen dafür hoch? Aber der kleine Webmaster sitzt zu Hause und denkt sich, ja, was soll ich denn jetzt machen? Was ist hier passiert? Bei dir ist es jetzt kein Co-Update-Case. Wäre auch cool gewesen. Aber egal. Aber genau das ist es. Ich glaube, so lernt man immer noch am meisten, wenn man einfach sozusagen auch wirklich tief ins Detail geht, gerade in den Google Search Console-Daten. Und ich glaube, da nimmt man dann deutlich mehr mit, als sozusagen nur mit solchen Makro-Studien. Oder wenn man auch nur Third-Party-Daten heranzieht, weil die erzählen dann immer auch nur einen kleinen Teil der Wahrheit. Und das zeige ich heute sogar noch mal ganz genau, weil das ist ja hier nochmal ein B2B-Case. Und das macht es natürlich nochmal ein bisschen spannender. Aber lieber Rüdiger, erzähl doch mal ganz kurz was zu CovaEurope. Also was CovaEurope macht, beziehungsweise vielleicht auch nochmal zu deiner Position. Einfach nochmal so ein bisschen Background-Info. Okay. CovaEurope ist ein Hersteller von Arbeitsplatzmatten, Antihelmüdungsmatten und ein paar anderen Arbeitssicherheitsmaterialien. Die meisten davon liegen auf dem Boden. Das ist eine der Herausforderungen, wenn du interessante Copy schreiben sollst. Und im Endeffekt sind es schwarze Gummisachen, die auf dem Boden liegen. Da wird es relativ schwer, irgendwas sexy Klingendes zu produzieren. Gibt aber verschiedene Anwendungen, verschiedene Materialien und so weiter. Das Unternehmen gibt es seit 50 Jahren. Hauptstelle, Headquarters sind hier in England, wo ich auch sitze. In Deutschland ist das Unternehmen als GmbH seit 2002, glaube ich, eigenständig mit eigenem Lager und so weiter auch. Ich bin jetzt knapp drei Jahre im Unternehmen. Als ich angefangen habe, war ein englisches SEO-Team hier schon ein paar Jahre am Gange in Deutschland. Und dem Rest von Europa war da gar nichts. Da hatten wir irgendwie eine Visibilität auf SEMrush von 0,3. Da sind wir mittlerweile ganz, ganz gut vorwärts gekommen. Und Traffic war damals irgendwas bei 40 Besuche im Monat. Mittlerweile haben wir das auch gut verhundertfacht. Wir haben also schon einiges erreicht. Aber es geht immer noch besser, denke ich. Darum habe ich mich dann ja auch bereit erklärt, euch mal drüber gucken zu lassen. Eine der Herausforderungen ist auch, da wir nicht direkt an den Endkunden verkaufen, nicht mal direkt an den Endindustrie-Kunden, sondern nur über den technischen Handel. Also das ist ja mit dem Intent dann immer so eine Sache, wenn jemand was sucht und der Intent ist dann commercial und wir können den gar nicht befriedigen, wie schaffen wir es trotzdem dann vor unserer Konkurrenz und teilweise auch vor unseren Kunden zu ranken, damit die dann halt nicht bei der Konkurrenz, sondern bei uns kaufen und merken, das sind die Jungs, wenn es um Arbeitsplatzmatten und Anti-Ermüdungsmatten geht. Das ist so das Ganze kurz zusammengefasst. Wie ihr schon festgestellt habt, wir haben das Ganze auf einer WordPress-Basis aufgebaut. Der Einfachheit halber haben hier einen relativ guten Developer auch sitzen, der immer wieder aushilft, wenn ich oder jemand anders im englischen Team halt sagt, hör mal, wir brauchen hier das und das Feature, kannst du das irgendwie hinschnitzen. Wir haben also auch eine Integration für FAQs auf Seiten, die nicht Joost-spezifisch ist, wie so viele die benutzen, weil Joost war dann relativ, niemandem zu nahe treten, der für Joost arbeitet jetzt, aber nicht für das geeignet, was wir wollten im Markup. Und ja, das ist es so in aller Kürze. Kannst du das ganz kurz nochmal ausführen, das würde mich jetzt interessieren, also was macht der Joost anders, weil ich finde ja eigentlich die Integration gerade im Joost-Plug relativ gut. Ja, Joost ist ganz gut, wenn du ein Produkt-Update hast, dann kannst du da eine FAQ reinschreiben, aber du kannst zum Beispiel nicht haben, hier habe ich eine FAQ, dann habe ich wieder Text, dann habe ich wieder eine FAQ oder du musst das alles als einzelnen Block drunter haben, aber du kannst das nicht im fließenden Text haben. Und wir haben das halt so, unser Developer hat es so gemacht, dass du das halt als so einen Block in WordPress nehmen kannst und hinsetzen kannst, wo du willst. All right. Das ist so eine der Kleinigkeiten, die unser Simon gemacht hat. Lustig, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Genau, aber dann würde ich mal sagen, dann springen wir mal direkt rein. Genau, der Axel, der Alex und ich, wir haben uns hier wieder aufgeteilt, genau. Der Alex übernimmt den Website-Success-Part, also den Crawling-Part und ich habe mir die Search-Success-Daten angeguckt. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, weil, also ich habe allein 50 Tabs offen. Also ich war bei 120, habe es runtergekürzt auf 50. Also es könnte sein, dass wir etwas überziehen müssen, aber ich glaube, würde ich mal sagen, jetzt springen wir mal direkt mit dem Alex rein, während ich kurz meiner Frau aufmache, weil das Klingeln, was ihr da im Hintergrund gehört habt, das glaube ich meine Frau, die gerade Brezen gekauft hat und den Schlüssel nicht dabei hat. Also von dem her lasse ich Sie schnell rein. Alex, du legst los und euch viel Spaß. Super cool. Also auch nochmal danke von meiner Seite. Ich freue mich natürlich mega gut. Alle, die jetzt in Clubhouse dabei sind, ich habe den Link zum Stream, zu dem Video auch entsprechend gepostet. Da wollen wir natürlich niemanden auf der anderen Seite verlieren und es ist natürlich wichtig, dass jeder die Chance hat, auch entsprechend zu sehen, über was wir denn eigentlich gerade reden. Deswegen habe ich das gerade einfach nochmal gemacht und erwähne das jetzt nochmal explizit hier. Vor allem ist natürlich jeder, der in den LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube-Streep entsprechend hereinkommt. Genau. Ich habe zu Beginn erstmal schon mal die Seite geöffnet, um die es ja eigentlich geht und es ist natürlich immer auch wichtig zu wissen, wie sieht so eine Seite denn im Endeffekt auch wirklich aus, was können wir denn auf der Seite eigentlich entsprechend erwarten. Markus hat es ja auch schon im Vorfeld gesagt gehabt, ich gucke mir eher so den technischen Crawling-Teil an und er geht dann eher in die Search-Performance rein. Natürlich gibt es da manchmal so ein paar Überschneidungen, weil es macht auch Sinn zu gucken, hey, ich habe hier ein Problem, ich will dann im nächsten Schritt auch mal prüfen, wie wirkt sich das Ganze eigentlich auch wirklich auf die Performance der Seite entsprechend aus. Was wir dazu machen können, ist gerade im Crawling, in unserer Website-Success-Übersicht, helfen wir auch immer verschiedene Punkte entsprechend zu betrachten, wie zum Beispiel blockierte JavaScript-Dateien, also wo habe ich JavaScript-Dateien, die eine Suchmaschine entsprechend nicht analysieren darf. Das hatte ich mir auch angeguckt gehabt, das sind aber in dem Fall die Autocomplits von der Suche. Also wenn ich auf der Seite selber etwas suche, dann schlägt er mir vor, das sind die und die Teile. Eine Suchmaschine kann nicht auf euch irgendwelche Inhalte in der Suche eingeben, deswegen kann man das eigentlich auch entsprechend vernachlässigen und es sind dann auch in dem Zusammenhang keine größeren Probleme. Ein paar von den anderen Punkten können wir aber gleich mal anschauen und gucken, was wir denn eigentlich so gefunden haben. Zu Beginn gleich mal, und es ist immer wieder interessant zu betrachten, Duplicate Page Titles. Also wo haben wir doppelte Titel, die wir entsprechend den Suchmaschinen oder den Nutzern auch zur Verfügung stellen. Sind zwar nur 2% von der deutschsprachigen Variante, aber es sind immer wieder ein paar Bereiche, die wir uns entsprechend mal angucken können und das habe ich jetzt hier einmal gemacht. Also wir sehen jetzt hier Website Success drin, sehen dann entsprechend den Issue Report und ich habe mir gleich mal die ersten Seiten angeguckt. Das sind jetzt hier die Fatigue-Step-Coba-Europe-GmbH und zweimal eben entsprechend der gleiche Title-Tag. Ich kann beide Seiten von dieser Übersicht direkt öffnen und angucken, also ich kann sie jetzt entsprechend einmal anklicken. Das habe ich gemacht und schon mal im Vorfeld aufgerufen. Das sind 2 Produkt-Detail-Seiten und wir sehen jetzt hier auch der Title ist Fatigue-Step-Coba-Europe-GmbH. Bei der zweite, das ist nämlich die Step-2-Seite, die wir jetzt hier sehen, ist genau das gleiche auch nochmal behalten. Also quasi hier, okay, wenn jemand von Google kommt, hätte er wahrscheinlich Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich das bessere Ergebnis für mich. Durch eine Unterscheidung in den Title-Text kann ich das entsprechend besser differenzieren. Ich habe gerade irgendwie gesehen, wolltest du gerade was sagen dazu? Ja, ja, das ist eins unserer Probleme. Das ist, weil wir haben ein paar Produkte und das ist eins davon, die in verschiedenen Kategorien gelistet sind, aber da die Produktdaten, wie die Titels und so weiter, aus einer PIM gezogen werden und das Produkt mit der SKU nur einmal existiert, können wir nicht einen anderen Title machen und darum haben wir das so gelöst. Und dessen sind wir uns schon bewusst, dass wir da ein paar Duplikationen haben, aber die im Title rauszukriegen, ist halt im Moment technisch nicht drin für uns leider. Ui, okay, das ist natürlich krass. Ich habe es nämlich mal genau validiert, um zu schauen, wie kommt denn das bei Google überhaupt an? Weil das ist ja das eine, so sieht es jetzt gerade momentan aus und das ist ja quasi die technische Situation. Aber was macht denn eigentlich Google für uns? Und da gibt es dann eben noch Solid Fatigue Step, also nochmal eine komplett andere Produktreihe, die wir jetzt hier sehen, aber die beiden Seiten, die wir quasi für uns entsprechend entschieden haben, die wir uns jetzt auch gerade angucken, Fatigue Step und dann einmal auf einmal Fatigue Step Gummifliesen, wird jetzt auf einmal nochmal in den Title Tag hinzugefügt. Also hier sehen wir in der Tat, wie Google uns hier zusätzliche Informationen anbietet und sagt so, hey, guck mal, ich glaube, ihr seid hier auch eher für die Gummifliesen dann eher relevant. Lasst uns doch mal bitte dafür entsprechend mal gucken, ob wir dadurch ein bisschen mehr Attraktion auf diese Ergebnisse bekommen können. Und das finde ich auf der einen Seite super cool zu sehen, dass Google uns versucht entsprechend zu unterstützen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich als Webmaster, wenn wir den Title Tag natürlich bearbeiten können, eher die Möglichkeit, hier auch mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, um auch eher den Nutzer dann zu uns zu holen. Genau. Übrigens, der Andreas, der stellt natürlich eine richtige Frage. Macht es dann Sinn, dass beide indexierbar sind? Wenn es am Ende des Tages eigentlich das gleiche Produkt ist. Der Armin hat gerade auch gesagt, der hat genau dasselbe Problem. Das ist hier sicherlich eine Frage, die man sich stellen muss und ja, die man auch, aber vorher solide analysiert und nicht sozusagen auf der Basis, sondern wie gehe ich natürlich auch damit um dann. Aber definitiv legitim, Andreas. Genau. Also ich sollte mir sowieso immer drei Fragen stellen. Brauche ich die Seite für den Nutzer? Brauche ich die Seite für die Suchmaschine? Und muss sie für irgendetwas ranken? Wenn ich alle drei Fragen mit Nein beantworten kann, kann ich sie auch komplett löschen. Wenn ich sage, ich brauche sie für den Nutzer, aber von der Anfrage her, beziehungsweise von den Keywords, mit denen wir ranken, sind es die gleichen, dann kann ich sagen, okay, ich passe das Ganze eben auf einer Seite zusammen. Das wäre dann eben entsprechend die andere Alternative. Heilige Siedlung Dreifaltigkeit. Heilige Siedlung Dreifaltigkeit. Ja, genau. Genau. Dann wollte ich aber auch mal wissen, sozusagen, wie sieht es denn eigentlich mit der Schnittmenge der Keywords aus? Ranken diese Seiten zum Beispiel für die gleichen Keywords? Das wäre natürlich dann auch wieder wichtig, das rauszufinden. Das heißt, wir können auf der einen Seite die erste Variante anschauen. Die rankt dann eher für Anti-Ermuldungs-Matte, Koba und so weiter, aber hat halt auch nicht sehr große Traktion in den Suchergebnissen. Also wir sehen hier durchaus, dass eigentlich Potenzial, beziehungsweise dass diese Seite auch nicht die höchste Reichweite hat. Bei der zweiten Seite ist mir aufgefallen, die hat schon mal deutlich mehr Suchvolumen. Interessanterweise aber dann eher auch weniger für die Anti-Ermüdungs-Matte, sondern eher sowas für Gummifliesen. Was lustigerweise genau der Begriff war, wie wir ihn vorhin ja auch gesehen haben, der dann auch entsprechend in den Titel von Google augmented worden ist. Also quasi auch hinzugefügt worden ist und jetzt entsprechend auch mit dargestellt wird. Schon spannend, ne? Wenn Google merkt, das ist eine Gummifliese, kommt nicht im Titel vor, komm, ich probiere es mal aus, ne? Mal für Gummifliesen und zack, so sieht es aus. Genau. Hab mir die Seite noch irgendwie dieses Keyword einzeln angeguckt und dachte mir, hm, vielleicht ist das ja auch einer so der Begriffe, die für euch vielleicht interessant sein könnten, weil du hast ja auch am Anfang gesagt, ihr habt ja so Gummimatten, die ihr entsprechend verwendet. Wenn wir jetzt aber tatsächlich mal nach Gummifliesen suchen, gibt es gerade mal zwei Seiten, die von eurer Domain entsprechend da ranken können. Und natürlich Schritt Nummer eins, wir suchen einfach selber mal nach so einem Begriff und schauen, wie sehen denn eigentlich diese Ergebnisse aus, die dazu in den Top Ten ranken. Dann haben wir hier natürlich entsprechend den Spielplatz. Müssen wir mal gucken, ob das ein gutes Ergebnis für uns jetzt ist. Dann hier entsprechend Technik Plaza oder Amazon rankt hier entsprechend dazu. Also wir sehen hier gleich natürlich einen sehr, sehr transaktionalen Intent, den wir auf dieser Seite oder auf dem einen Seite sehen können. Und natürlich auch, wenn wir dann auf diese Ergebnisse zum Beispiel draufklicken, wie es dann auch entsprechende Übersichtsseiten gibt, die uns dann zeigen, okay, wie sehen die denn entsprechend aus. Wenn wir das Ganze mal bei uns angucken, also quasi mal schauen, wie sieht eigentlich unser Ranking zum Thema Gummifliesen aus, dann muss ich einmal für das Keyword auf Seite 7 gehen. Also sind wir schon relativ weit hinten. Und wir sehen, ja, wir geben auch nicht so viele Informationen jetzt entsprechend dazu preis, dass ich es zum Beispiel sofort bestellen kann, was ich denn eigentlich machen muss, um es zu kaufen oder wie ich es entsprechend bekommen könnte. Ja? Ja, genau. Ich klicke mal drauf. Also nämlich hier kommt der größte Unterschied. Also wir haben ja gesehen, bei Gummifliesen, also vor allem sehr viel Inventory auch, da ranken unterschiedliche Shops, die da viele Gummifliesen haben. Und wir take a knife to gunfight. Wir haben eine einzige Gummifliese sozusagen, frisst oder stirbt. Ja, ich hoffe, dass dir die gefällt. Und das Interessante, dann auf eurer Seite, genau. Genau, also hier sehen wir auf der einen Seite hier, Gummifliesen wird ja gleich quasi auch die H1 übernommen. Das fand ich eigentlich wirklich interessant, dass Google halt quasi hier die Überschrift genommen hat und entsprechend auch daraufhin erkannt hat, okay, das hier ist als ein Ergebnis für eine Gummifliese, das entsprechend auch gut funktionieren kann. Nee, aber was ich meine, geh mal runter. Genau, weil ich habe nur eine Preisanfrage. Also ich kann das jetzt gar nicht direkt bestellen. Also man sieht, Gummifliesen hat wirklich ein Commercial Intent. Also die Leute wollen auch direkt Gummifliesen kaufen. Und deswegen ranken diese ganzen Category Pages von diesen Shops mit unterschiedlichen Gummifliesen. Wir haben eine Gummifliese und du musst halt noch eine Preisanfrage stellen. Also du kannst jetzt nicht quasi halt direkt kaufen. Und da merkt Google schon sozusagen in dem Moment, du bist wahrscheinlich kein gutes Ergebnis hier für Gummifliesen oder auf jeden Fall nicht besser als die anderen Ergebnisse, die ich da entsprechend schon am ranken habe, weil ich dort halt direkt kaufen kann. Und interessanterweise, ich glaube, du hast es gemacht, kann man das sogar auch im Content-Success sehen. Genau, geil. Ja, also quasi hier habe ich dann auch mal direkt diese Anfrage gemacht. Ich meine, Content-Success hilft uns ja zu gucken, wo könnten wir noch zusätzliche Keyword-Inspirationen bekommen? Was könnten noch weitere Themengebiete sein, die ich auf der Seite entsprechend ansprechen sollte, um ein gutes Ergebnis zu sein? Was wir prinzipiell hier machen ist, du nimmst ein Keyword, definierst das und sagst zum Beispiel jetzt hier Gummifliesen. Wir schauen in den Suchmaschinen die top-rankenden Ergebnisse an mit dem Hintergrundgedanken, diese Seiten machen ja etwas gut, sonst würden wir nicht diese hohen Rankings haben. Und vermutlich hängt das eben mit den Inhalten zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal sage, okay, gib mir mal, sag mir mal an, welche Begriffe scheinen für Gummifliesen noch alle relevant zu sein, dann sagt er, ja, der Begriff Gummifliesen, also wenn ich für Gummifliesen ranken möchte, sollte ich den Begriff Gummifliesen verwenden. Das klingt ja eigentlich ziemlich logisch. Aber darüber hinaus sehen wir eben auch den Mehrwertsteuer, Preis, entsprechend Lageinformationen, dass es Gummi ist, die Farbe scheint interessant zu sein, also hier einmal schwarz, dann grün haben wir, pflegeleicht, Artikelnummer, Projektfliesen. Und das können immer wieder so Themengebiete sein oder Begriffe sein, mit denen wir unseren eigenen Inhalt anreichern können, um eben zu sagen, ja, wenn jemand Gummifliesen entsprechend kaufen möchte, dann können wir versuchen, entsprechend darauf aufbauend zu zeigen, wir befassen uns wirklich mit dem Thema und diese unterschiedlichen Aspekte zu diesem Keyword berücksichtigen wir hier auch. Obwohl, das ist jetzt natürlich kein praktikabler Tipp, also sozusagen, es geht jetzt ja nicht nur darum, diese Keywords da drauf zu schreiben, sondern wir brauchen überhaupt diese Funktionalität, dass ich diese Gummimatten halt direkt da kaufen kann. Aber das ist ja genau der Punkt. Man sieht hier sehr deutlich, auch nochmal mit BDF-IDF-Analyse, dass hier, ja, du brauchst halt Shopping, weil Lageinformationen, Mehrwertsteuer, Artikelnummer, das ist ganz klar. Das sind Shopping-Seiten, die hier entsprechend ranken und wir haben diese Funktionalitäten gar nicht und das macht es dann natürlich schwer, auch mit dieser Seite für Gummifliesen zu ranken. Und dann ist jetzt wieder die Abwägung, also das war jetzt ja auch mehr oder weniger ein Accidental-Ranking, also Google hat uns ja da schon fast so ein bisschen dahin gepusht, wenn wir jetzt sagen, Gummifliesen sind für uns relevant, dann wissen wir auch, was wir für eine Art Seite benötigen, wenn wir überhaupt für Gummifliesen ranken wollen. Und das ist genau der Punkt, aber wir werden es wahrscheinlich mit dieser einen Produktseite nicht schaffen, vor allem eben ohne die entsprechende Funktionalität, die Gummifliesen direkt kaufen zu können. Genau, also eher wahrscheinlich eine Kategorie-Seite entsprechend anzubieten. Und du hast ja vorhin gesagt, das sind ja mehrere Seiten, die aus Gummi entsprechend aufgebaut sind. Das heißt, man könnte sich dann auch mal überlegen, könnten wir daraus eine Kategorie-Seite entsprechend aufbauen. Hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Potenzial. Genau, dann bin ich mal weitergegangen, habe angeschaut, wie sieht es denn eigentlich aus. Broken Pages ist natürlich immer wichtig zu gucken, wo kommen denn die Referenzen her. Gerade, wenn wir uns die Seiten anschauen, ich habe jetzt auch in dem Fall einen Komplett-Crawl gemacht von eurer Domain und dann gesagt gehabt, okay, zeig mir mal bitte nur die Fehler an auf dem deutschen Directory. Also wo kommen wir denn eigentlich hin? Ja, Italien und Polen haben eine ganze Menge Broken-Seiten, aber das ist nur auf der Agenda. Okay, das kommt aber quasi dann, also hast du dann auch Einfluss darauf oder eher weniger? Ja, ja. Das ist nur bei mir weiter hinten angestellt als die deutsche Seite. Ach so, genau. Also ich habe jetzt hier gesagt, bitte zeig mir mal nur die 404-Fehler auf der DE-Seite an. Also das will ich mir jetzt mal entsprechend angucken. Und wir sehen jetzt hier schon die erste Seite, das ist die Mapi, Mapeflex oder Mapeflex. Ja, das ist ein Produkt, was wir nicht mehr im Programm haben, wo es auch kein Substitutprodukt für gibt. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich auch letzte Woche tatsächlich mit unserem Developer gesprochen habe. Was würde es bringen, wenn wir nicht einfach ein Delete machen und ein Foto vor an Google melden, sondern ein 410 melden würden? Genau. Aber die Aussage von Google ist, ja, ein 410 ist schön, aber wir geben trotzdem weiter aus Seite nicht gefunden. Also ich glaube, also ob es jetzt ein 410er ist oder ein 404er, das macht jetzt nicht irgendwie den größten Unterschied immer. Was ich aber machen kann, ist zum Beispiel herauszufinden, wo kommen denn die Referenzen intern auf diese Seiten her und die dann entsprechend auch noch zu eliminieren. Und das ist eigentlich genau das, was ich hier eigentlich herausgefunden habe. Ich kann herausfinden, wo kommen denn, der Samurai stellt ja auch schon die Frage sozusagen, kann Write bei Backlinks helfen? Nee, weil wir machen ja SEO. Also SEO 2021 und nicht SEO 2008, 2009. Genau. Wobei wir aber helfen. Zeitverschwendung kann man woanders, ja. Genau. Wobei wir aber helfen können, ist bei der Identifikation von internen Backlinks. Also wir sind jetzt auf unserer Domain, wir wollen wissen, wo referenzieren wir denn eigentlich diese Fehlerseiten. Und das ist genau das, was ich hier gemacht habe. Ich klicke hier einmal direkt auf dieses Zeichen, beziehungsweise auf diese Zahl, komme in den Inspector rein und dann sehen wir hier, es gibt überall Translations noch von den anderen Varianten. Also genau in diesem Punkt macht es ja auch wieder Sinn, die internationalen Aspekte der Seite zu betrachten, weil vielleicht habe ich ja noch eine andere Sprachvariante und ein anderes Verzeichnis, das eben über einen HF Lang entsprechend sagt, hier haben wir eine Fehlerseite. Ich habe die Seiten entsprechend mal geöffnet. Wir sehen jetzt hier das Produkt, das jetzt scheinbar in den anderen Ländern noch verfügbar ist. und es sagt hier übrigens, ich habe hier eine deutsche Variante, die es anscheinend nicht mehr gibt, weil wenn ich die aufrufe, landen wir hier bei einer Fehlerseite. Ihr sagt, lustigerweise hier Statuscode 404, aber sagt jetzt hier, das war knapp. Ja, unsere 404. Ja, genau, hier sieht man es auch genau. Ganz kurz noch beim Christopher, der Christopher hat natürlich total recht, ganz kurz noch hier den Theorie-Insight, 404 wird aber deutlich länger abgefragt als 410. In der Tat, Google kommt so bei einer 404-Seite, wenn sie vorhin 200 da, vielleicht 5, 6 Mal mindestens nochmal vorbei. Kennt ihr ja auch, kommt immer wieder in der GSC, immer wieder wird das reingepusht. Hey, ich habe es doch schon gemacht. Was soll denn das? Warum sucht ihr die immer noch? 5, 6 Mal. Weil Google ja immer, die waren mal 200, 404. Die waren doch mal 200. Komm, ich probiere es nochmal. Nee, immer noch 404. Komm, ich probiere es nochmal. 404. Und bei den 410 sagt Google halt wirklich, ich komme noch ein einziges Mal, um wirklich zu sehen, ob es wirklich gone ist. Und dann ist es in den meisten Fällen auch gone. Also man kann doch deutlich, gerade wenn man Crawling-Budget-Probleme hat oder wenn das wirklich eine Herausforderung ist, dann macht es sicherlich Sinn, auch hier mit 410ern zu hantieren. Gerne auch mit der Negative Sitemap, wenn ich ganz viel aus dem Index rauskicken muss, Negative Sitemap, alles 410 setzen, Sitemap nur mit diesen 410ern. Da geht es auch ganz fix. Genau. Genau. Ich habe dann auch hier nochmal ganz kurz eine Seiteabfrage gemacht. Einfach genau dieses Produkt mit eurem Brand zusammen. Wir sehen, die anderen Seiten sind auf jeden Fall noch im Index. Dann habe ich mir mal den Spaß gemacht, einfach den Brandnamen wegzunehmen. Und wir sehen, okay, von euch, also gerade jetzt aus dem deutschen Index-Rank gar keine Seite mehr. Jetzt hast du ja gesagt, gehabt, das Produkt habt ihr gar nicht, kommt auch nicht mehr wieder. Das heißt, dann würde ich auch sagen, eher 410er und dann einfach ist weg. Weil dann brauche ich auch mir nicht die Arbeit zu machen, um zu hoffen, dass die Seiten bald wieder zurückkommen. Genau. Übrigens hier, der Samarer hier, haben damals Backlinks gekauft, die werden 2021 ja leider nicht mehr so gern gesehen, musst die gelöscht bekommen. Ja, solltest du in der Tat machen. Also auch in der Tat löschen, nicht nur auf Disavow setzen. Da ist Google wirklich, vielleicht haben wir da einen neuen Case, den wir durchnehmen können. Wäre auch mal was Spannendes. Ja. Irgendwas durch Backlinks irgendwie SEO zerstört ist. Wäre auch eine interessante Sache. 4 kann ja einfach ein Versehen sein, aber aktiv eher nicht. Sie hat bereit, den Geben mit 10 Fixern, so wie du sagst. Genau. Zwei Dumme, ein Gedanke. Genau. Also es geht fixer, aber das Endresultat bleibt dann einfach das Gleiche. Genau. Und ich habe natürlich auch geguckt, hatten wir denn mal Rankings für die einzelnen Begriffe und haben auch nichts gebracht, gerade für die deutsche Variante. Macht keinen Unterschied. Vielleicht sucht es auch keiner. Kann natürlich auch sein. Das ist ja schon auch ein sehr, sehr tiefer Fachbegriff. Genau. Da habe ich mir die Google Core Web Vitals angeschaut. Hier sehen wir gerade auf der deutschen Variante, 80% ist auf jeden Fall nicht so gut. Gerade auch einer der Vorteile ist, dass wir eben nicht eine Seite einzeln anbetrachten und dann sagen, okay, das sind die unterschiedlichen Core Web Vitals für diese Seiten, sondern wir machen einen Überblick über die gesamte Domain und sehen dann, okay, also scheinbar gibt es hier Domain-weit entsprechend Handlungsbedarf. Wir sehen zusätzlich noch dazu, neben den einzelnen Scores, welche Dateien und welche Assets werden pro URL entsprechend geladen und können natürlich darauf dann wieder abstrahieren. Haben wir jetzt zum Beispiel Verzeichnisse, Dateien, die immer nur bei langsamen Seiten geladen werden, dann kann ich damit vielleicht eher mal ein bisschen Optimierung oder Optimierungshebel identifizieren, als wenn ich jetzt auf der anderen Seite anfangen würde und ich fange mit der Startseite an, gehe dann zu einer Unterseite und optimiere die dann nacheinander. Also hier haben wir wirklich die Möglichkeit, gute Hebel zu identifizieren, die zum Beispiel jetzt uns sagen, hier haben wir zum Beispiel eine tendenziell große CSS-Datei, vielleicht haben wir Möglichkeiten, hier noch einiges rauszuholen. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch wieder über den Hover-Effekt direkt zu Google PageSpeed Insights zu springen und dann sehen wir natürlich auch wieder, welche Empfehlungen gibt uns Google mit und auch idealerweise gleich, und das wäre auch etwas, was ich bei euch mir überlegt hätte, mal vorzuschlagen und entsprechend anzugucken, haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel gerade WordPress-spezifische Themen entsprechend durchzugehen, wie zum Beispiel, gibt es irgendwelche Theme-Optimierungsmöglichkeiten oder zum Beispiel alte Plugins, die zwar schon wieder rausgenommen worden sind und deaktiviert worden sind, aber zum Beispiel noch nicht gelöscht worden sind und somit immer wieder beim Laden dazu führen, dass wir eben eine langsame Seite haben. Das würde ich immer mal prüfen und zu gucken, ob ich da nochmal ein bisschen was rausholen kann, weil wir hier gerade auch wieder sehen, dass die Seite eher ein bisschen länger braucht, auch initial zu laden. Übrigens, bei Clubhouse hat sich gerade der Sören gemeldet, Sören Münzer, Sören, wie gesagt, wir sind immer ein bisschen, wir sind gebrannte Kinder bei Clubhouse, also schreibt am besten kurz der Bianca oder dem Alex kurz eine PM und wenn es dann wirklich, jetzt ist er schon wieder weg. Genau. Ich wollte gerade sagen, wenn es eine legitime Frage ist, nehmen wir dich natürlich gerne rein, aber wir sind gebrannte Kinder und heute, wie gesagt, haben wir noch so ein bisschen. Ich glaube, er hat nur das Logo geändert. Genau, kannst du uns direkt eine Nachricht schreiben, dann nehmen wir dich gerne mit drauf. Genau, und wir haben den Link zum Stream, also das, was wir gerade erzählen, siehst du über LinkedIn, das heißt, da kannst du auch den Link entsprechend direkt anklicken und kommst in unseren LinkedIn-Stream rein, kannst eben mitgucken. Genau. Eine weitere große Sache, die ich gefunden habe, ist, klar, Lighthouse Stream-Apps, da sehen wir natürlich, welche Dateien werden auch wieder geladen und wir sehen, dass fast ein Megabyte der Dateien, die geladen werden und gezogen werden sind, einfach nicht berücksichtigt oder nicht benötigt werden für die Darstellung der Seite. Also hier kann man sich auch überlegen, haben wir zum Beispiel Möglichkeiten, ein bisschen die Seite kleiner zu machen, um natürlich auch eine schlankere Webseite zu haben und vor allen Dingen, größte Datei ist hier G-Static und zwar ReCapture. Das heißt, irgendwo auf der Seite ist ein Capture eingebunden, das wir brauchen, also das jedes Mal wieder gezogen wird, was aber scheinbar in den meisten Fällen nicht benutzt wird. Ich habe auch ehrlich gesagt eine ziemlich lange Zeit gebraucht, um es zu identifizieren. Und zwar, wenn ich ganz nach unten gehe, auf der Seite, gibt es ein Formular für den Newsletter und innerhalb dieses Newsletters wird dann entsprechend ein ReCapture beim Absenden entsprechend abgefragt. Also das wird dann quasi erst, nachdem ich mich für den Newsletter angemeldet habe und Absenden gedrückt habe, maximal getriggert und das ist natürlich sehr, sehr spät, diese Information erst dann eben entsprechend abzufragen. Deswegen würde ich jetzt hier eher sagen, kann man es nicht irgendwie nachlagern, muss das eben immer gleich initial mitgeladen werden. Ja gut, das ist eine Sache, da sind wir uns schon bewusst und das ist auch unsere Hauptproblematik mit der Ladezeit von JavaScript und so weiter. Das ist unsere Marketingautomation, die nennt sich Sharpspring und die lädt einen ganzen Rattenschwanz von Sachen, der eigentlich nicht nötig ist und darum verabschieden wir uns auch von dem Ding innerhalb der nächsten zwei, drei Monate und wechseln zu einem anderen CRM, um unser E-Mail-Marketing und so weiter Hand zu haben, weil das braucht einfach zu viel Ladezeit und nimmt zu viel von der Performance weg. Genau, das sieht man hier auch in den PageSpeed Insights sehr, sehr gut. Übrigens, du bist nicht allein. Christopher Fischbach feels your pain. Ja, CSS, JS Pruning ist so ein Pain in the Ass. Genau, der war schon, woran er redet. Auch da, Christopher, ich habe deine anderen Kommentare gesehen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich habe auch, ich habe eigentlich eine Stunde an Content und wir sind schon bei einer halben Stunde. Und ganz kurz, der Samurai fragt auch noch, könnt ihr gerne unsere Seite mal anschauen, wenn Interesse eurerseits besteht. Ja, was müsste ich dafür machen? Schick einfach mal dem Alex eine Mail, wir legen mal einen Write-Account an und dann gucken wir uns die Seite an, ob es auch wirklich taugt sozusagen, ob man eine coole Case dann wieder ausmachen kann. Genau, einfach an alex.write.com. Genau, alex.write.com, da kümmern wir uns drum. Genau. Genau. Genau, dann zu guter Letzt, oder zu einem vorletzter Punkt, Non-Compliant-Tracking-Skripte. Also quasi, wo haben wir Tracking-Skripte, die gefeuert werden, ohne dass wir als Nutzer der Webseite den Konsent gegeben haben. Unser Crawler kann zum Beispiel auch in dem Zusammenhang kein Cookie-Banner zustimmen und sagen, ja, ich erlaube euch den Zugriff. Dementsprechend alle Skripte, die gefeuert werden, sind entsprechend nicht DSGVO-konform. Und wir sehen hier eine entsprechende Übersicht, die uns diese Seiten entsprechend anguckt. Wir haben zum Beispiel Google Analytics, Google APIs und da sind zum Beispiel Google Maps wird auf Seiten entsprechend dargestellt. Können wir uns auch mal dementsprechend angucken. Dann schaue ich mir an, auf welchen Seiten werden diese Skripte dann entsprechend ausgeführt. Haben wir hier eben eine entsprechende Übersicht-Seite. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Kontakt-Seite. Ich habe das mal kurz geöffnet und wir sehen in der Tat, Google Maps wird verwendet und wir sehen auch, wenn wir runter scrollen, die entsprechende Google Maps entsprechend auf der Seite integriert ist. Darüber hinaus habe ich mir nochmal angeschaut und das ist jetzt hier ein mobiler Crawl. Das heißt, wir simulieren jetzt hier ein mobiles Gerät und kriegen über Lighthouse noch weitere mobile Freundlichkeitsanalysen. Also, wie würde ein Nutzer auf einem mobilen Endgerät diese Seite entsprechend wahrnehmen? Jetzt haben wir hier zum Beispiel sich überlagene Tab-Targets, also Buttons, die zu nah beieinander sind. Habe ich mir auch entsprechend einmal angeguckt, wie die jetzt entsprechend aussehen und wir sehen entsprechend die unterschiedlichen Bereiche. Ich kann die Seiten auch direkt öffnen und wenn ich danach suche, sehen wir das hier ganz oben in der Navigation, die Buttons einfach direkt nebeneinander sind und das muss man sich ja vorstellen, wenn ein Nutzer über sein Smartphone auf der Seite ist und dann eben mit dem Finger versucht, auf den einzelnen Bereich zu klicken, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass man sich jetzt hier entsprechend mal verklickt und das kann man relativ einfach lösen, indem man einfach dann die Distanz zwischen diesen beiden Buttons ein bisschen vergrößert. Ja, okay, das ganz, ganz kurz eine Erklärung dazu. Das ist also was, was durchaus bewusst entschieden wurde. Die ganzen, ja, letzten zwei Jahre war ja fast Mobile First stand auf jeder Fahne, überall wurde reingekommen, bis bei jedem, der irgendwas mit SEO zu tun hat und wir haben diese Fahne ganz, ganz schnell runtergenommen und haben gesagt, Mobile First kann uns mal da küssen, wo keine Sonne scheint, weil einfach 97 Prozent unserer Nutzer kommen über den Desktop und wir haben auch festgestellt, obwohl wir das missachtet haben, hat es unserem Ranking keinen Abbruch getan bisher. Das ist also durchaus eine bewusste Entscheidung, dass wir solche Sachen einfach links liegen haben lassen. Okay. Also in dem Fall ist es ja quasi nur ein paar Pixel, die man quasi vergrößern könnte, dann hätten wir quasi da schon einen Großteil dieser Issues weg. Ich verstehe aber, wenn ihr sagt, das hat für euch jetzt erstmal eine niedrige Priorität. Du hast natürlich recht, B2B ist natürlich immer eher Desktop getrieben, das ist bei uns auch so. Ich hatte auch eine Analyse gemacht zwischen Desktop Searches und Mobile Searches. Sehr interessant. Desktop ist mehr die Produkte, Mobile sind eher Themen, was die Leute halt suchen. Das wird ein B2C-Liger, das habe ich auch gesehen, das habe ich auch rausgelassen, weil da kein wirklicher Insight da entsprechend dran ist. Die Sache, du hast natürlich sozusagen recht, stört uns nicht, kein Ranking. Ich würde ja auch nicht erwarten, dass dadurch Ranking schlechter wird, aber trotzdem habe ich hier eine Funktionalität, wie zum Beispiel uns eine E-Mail schicken, was dann jemand machen will und wenn ich dann halt so daumendicke Wurstfinger habe, dann geht das halt nicht. Und wie gesagt, da ist Anruf, da ist E-Mail, also klar, du sagst, wir haben keinen Rankingverlust, aber du hast vielleicht zehn Leute im letzten Monat gehabt, die das machen wollten, die aber sich einfach gar nicht bei dir gemeldet haben, weil sie es gar nicht konnten, weil sie einfach da sagen, da saßen, Finger geweint haben. Und ich glaube, das ist dann eher der Effekt, genau, und deswegen auch hier der Punkt vom Alex. Ja. Genau. Ja, und nicht verweisen den Stefan, genau, auch wieder sehr kluges vom Stefan, wird aber relevant, wenn wir mal beim Mobile-Only-Index sind. Genau, Google hat ja immer noch ein bisschen weiter geschoben, aber ich meine, klar, aber nichtsdestotrotz, Rüdiger, du hast natürlich recht, deine Zielgruppe ist eher B2B, heißt Desktop, muss nicht ganz so wichtig sein, aber nichtsdestotrotz, solche Sachen, Accessibility, sind halt sehr wichtige Themen, vor allem auch für die Zukunft. Genau. Zwei dumme, ein Gedanke. Sehr cool. Markus, übernimmst du? Ja, geil. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt noch eine Stunde Zeit, weil, wie gesagt, ich hatte eigentlich zwei Stunden, ich habe versucht, jetzt noch eine Stunde runter zu kürzen. Jetzt wird es lustig. Also nicht, dass es jetzt voll schon lustig ist, also war ja auch. So. Ich habe mir Search-Diskets angeguckt, also natürlich die Google-Search-Konsole-Daten, ja, sieht also grundsätzlich mal ganz interessant aus. Ich bin hier mal ein bisschen durch unseren Overview durchgegangen und das Interessante, was ich hier noch gefunden habe, in der Anomaly Detection, ja, habe ich hier wirklich einen Punkt quasi gefunden, einen Over-Performer sozusagen in Bezug auf Impressions. Also was wir da bei Write machen, ist ja, wir tun jeden Tag die Performance von morgen predikten. Also wie viele Leute suchen morgen nach diesem Keyword, wie viele Leute klicken morgen wahrscheinlich auf den Keyword drauf, was ist die Klickrate, geht tendenziell nach oben oder nach unten. Und dann, ja, am nächsten Tag, dann kann ja der Computer sehen sozusagen, wie weit ist er daneben gelegen, und lernt natürlich auch jeden Tag, wird jeden Tag natürlich auch dadurch besser. Aber das Wichtigste sind eben gerade diese Anomalies. Also wo der Computer einfach etwas anderes erwartet hätte, also wo die Maschine etwas anderes erwartet hätte, ja, und wie gesagt, ich habe natürlich hier so einen Confidence-Intervall, das kann ich auch anpassen, also diesen Anomaly Threshold, ne, ich kann das gerade nicht lesen, und sonst kann man, glaube ich, gerade nicht sehen, Entschuldigung, und, genau, und sozusagen, wenn ich halt außerhalb von diesem Confidence-Intervall ist, das ist ja dann eigentlich wirklich was Interessantes, hier scheint irgendwas Interessantes passiert zu sein. Bei euch ist es jetzt nicht so interessant, ich habe mir draufgeklickt, und, und was man hier sieht, also wenn ich mir die Effective Pages und die Effective Keywords angucke, ne, vor allem diese Seite, hat die am meisten, sozusagen neue Impressions dazu bekommen, oder unerwartet viele, ja, und wenn ich mir das mal angucke, diese Seite, sieht man sehr schön sozusagen, wie sowohl die Impressions als auch die Anzahl der Keywords so langsam nach oben steigt, ja, worum geht die Seite, Schmutzfangmatten und Sauberlaufmatten, und was ich mir gedacht habe, da hat es wahrscheinlich angefangen zu schneiden. Ich glaube, das war so der Punkt, wo es in vielen Regionen in Deutschland angefangen hat zu schneiden, und auf einmal haben die Leute, oh shit, ja, wir brauchen Schmutzfangmatten, Sauberlaufmatten, oder was weiß ich auch immer, weil die Leute tun jetzt hier quasi den Schnee, hier reinbringen, also ich glaube, das ist hier so ein ganz typischer saisonaler Effekt. Das ist saisonal, wenn du nach Schwimmbadmatten guckst, dann wird es im Moment eher runtergegangen sein. Geil, wahrscheinlich, ja, genau, und vor allem während Corona, wahrscheinlich auch wieder so eine Geschichte. Genau, aber gucken wir uns mal die Gesamtanzahl der Keywords an. Wir haben hier 15.041 Keywords, quasi in unserem Repository, in knapp 16 Monaten hier jetzt zusammengesammelt, und das finde ich nochmal einen sehr interessanten Case, weil bevor ich die Daten hatte, letzte Woche hatte ich mir Cobra Europe schon mit Systrix und mit SEMrush angeguckt, und interessanterweise habe ich auch ein komplett anderes Bild von der Search Performance bekommen, und deswegen will ich hier ganz kurz einen Exkurs machen, weil ich finde es hier wirklich sehr ausschlussreich, weil gerade im B2B-Bereich mit sehr vielen Spezialbegriffen, sehr vielen Fachbegriffen, ist es halt gerade manchmal so bei Third-Party-Tools ein bisschen tricky, wenn ich halt darauf vertraue, dass einfach viele dieser Fachbegriffe einfach gar nicht in diesem Keyword-Repository quasi davor kommt, was hier eben abgefragt wird in einem bestimmten Zeitraum. Und so habe ich jetzt zum Beispiel hier bei Systrix 3.800 Keywords, also 3.800, also wie gesagt, sagen wir mal hier so ein Dreiviertel, Fünftel, was weiß ich auch immer. SEMrush haben wir in Deutschland 1.400, also nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger als die Hälfte hier von Systrix, aber und genau, was ich noch gemacht hatte, was ganz lustig war, ich habe mir mal angeguckt, auch gerade hier bezüglich dieser Klickwerte, wie nah sind wir dann hier dran und ich habe zum Beispiel das beste Keyword laut Systrix, wo wir am meisten Klicks generieren, ist NBR, 224 Klicks im Monat. Genau, das gucke ich mir mal an, also hier 2.250 suchen wahrscheinlich pro Monat und hier wie gesagt 224 Klicks pro Monat und in Wirklichkeit in 16 Monaten 666 Klicks, oh nee, in einem Jahr, sorry, in einem Jahr 666 Klicks, also doch ein bisschen leicht daneben gelegen und obwohl die Anzahl der Searches ungefähr passt, die Anzahl der Klicks halt dann deutlich niedriger als eben hier predicted und genau, also von dem her ist das natürlich hier totale Banane. Genau, interessanterweise bei SEMrush habe ich NBR, die sagen da 168, also sozusagen, die sagen sogar ein bisschen weniger, aber sind natürlich immer noch deutlich weiter weg. Wie gesagt, wir wissen ja, 1266 ist natürlich immer noch deutlich weniger als hier 168 im Monat und was ich halt, wenn ich sowas sehe, gerade bei B2B Seiten, was ich halt bei solchen Cases immer gerne mache, ich tue mal gerne vergleichen oder versuchen auch rauszufinden, was ist jetzt hier das bessere Tool, was ist jetzt hier vielleicht auch den besseren Datensatz, gerade wenn ich jetzt hier auch wieder Research machen will, gegenüber der Konkurrenz, weil ich muss ja davon ausgehen, umso besser ein Tool mich kennt, umso besser ein Tool mich versteht, meine Branche, meine Nische versteht, desto besser versteht es eben auch die Nische meiner Konkurrenten, also wahrscheinlich auch die Konkurrenzseiten und deswegen will ich ja auch wissen, mit welchem Tool mache ich es denn jetzt, also SEMrush, Systrix, Ahrefs, SEMrush, Xovi, was weiß ich auch immer, es gibt ja da sehr viele Third-Party-Scrape-Data-Tools, die ich hier heranziehen kann und ich mache jetzt einfach mal exemplarisch mal nur Systrix und SEMrush, einfach wegen der Zeit, und was ich da halt gemacht habe, ach so hier, by the way, bei SEMrush ist das Haupt-Kivert-Sauberlauf-Zone, by the way, Sauberlauf-Zone, 413 Klicks, gucken wir mal drauf, Keyword-Details, 419 Klicks, was, SEMrush ist fast richtig, ja fast richtig, weil das ist ein Jahr, und das ist ein Monat, also wir sind mal Faktor 12 daneben, aber sah erst so aus, ich dachte, wow, sind die gut, ach so, nee, Quatsch, aber nichtsdestotrotz, ich mag natürlich SEMrush, ich mag natürlich auch Systrix, also die sind natürlich gut, aber es geht hier in Bezug auf wirklich, wie kann ich jetzt mit diesen Daten arbeiten, gerade auch in Bezug auf Competitor-Tenensionen. Und wie gesagt, was ich in diesem Schritt gerne mache, ich habe mir jetzt mal von Systrix die Top 100 Keywords hier genommen, ne, und habe mir die einfach, ähm, quasi in eine Tabelle, mal reingezogen, diese ganzen Keywords, ne, also die Top 100, und diese Top 100 Keywords wiederum, habe ich jetzt bei uns reingepackt, also Keyword ist, und jetzt mache ich hier quasi Bulk Upload von diesen 1000 Keywords, ne, Um jetzt eben zu sehen, von diesen 100 Keywords haben übrigens auch nur 85 wirklich Traffic. Also 85 sind überhaupt existent in meinem Keyword-Set. Also das bedeutet, 15 Keywords sind nie gesucht worden. Also in 16 Monaten sind nie gesucht worden. Und außerdem sind das gerade mal knapp 55% der Klicks, was ich mir hier entsprechend halt anschaue. Und gerade mal ein Viertel der Impressions. Also auch immer noch, klar, ich habe jetzt nur die 100 genommen, aber ich habe ja da auch schon gesehen, ich bin ja da beim Hundertsten schon irgendwie bei 10 Klicks oder so. Ich bin ja da schon fast unter Ferner liefen. Also natürlich kommt da noch was mit dazu, aber ich sehe hier sehr deutlich, ich sehe wirklich nur einen bestimmten Teil sozusagen meiner wirklichen Search-Performance. Und das Ganze habe ich nochmal mit SEMrush gemacht. Bei SEMrush ist es jetzt so, dass ich mir alle raus exportiert habe. Das war jetzt einfach, wie gesagt, dem geschuldet, dass ich mit Systrix einfach nur Top 100 gemacht habe. Ich habe keine Export-Credits. Bei SEMrush konnte ich mir alle 1.400 entsprechend rausziehen. Und wenn ich mir das angucke, dann sieht das so aus. Also von diesen 1.400 Keywords sind überhaupt nur 950 real. Also wirklich 450 Keywords, wie gesagt, wurden einfach auch nie gesucht innerhalb von diesen 16 Monaten. Also das ist wie das typische Beispiel, also ich renke auch auf Platz 1 für Markus Tandler nackt, aber zum Glück sucht das halt keiner. Und das ist genau das Ding. Also so ein Tool sagt dann halt, ja, du bist Platz 1 für Keyword XY, aber es sucht halt keiner. Also von dem her bringt mir das natürlich dann auch nicht viel. Und ich sehe auch, dass es hier gerade mal 56% der Klicks sind. Und das finde ich jetzt gerade sozusagen nochmal unglaublich interessant im Vergleich, wo ich prinzipiell, wenn ich es jetzt nur 100 nehme, 100 Keywords, die schon 55% der Klicks sind. Und hier sind es alle und es sind 56% der Klicks. Also ist hier wahrscheinlich tendenziell mehr Irrelevantes entsprechend auch so ein bisschen drin. Genau. Der Christopher Stecker hat dazu passende Frage nie gesucht. Wie ermittelt ihr das? So viel Content noch. Hier. Achso, hier, geil. Schönes Beispiel. Ich suche das jeden Tag, ja. Und bald mit Write, lieber. Genau, wir reden uns nächste Woche. Genau. Also quasi von Christopher, die vielen Fragen würde ich auch ein bisschen zurückstellen, vielleicht auch in einer Sondersession nochmal beantworten, weil ich glaube, das schaffen wir uns heute wirklich nicht alles durchzugehen. Genau. Übrigens, und der Hans hat hier noch gefragt wegen Anomaly. Sind die Anomaly einfach, ein Vergleich mit den Daten aus dem Vorher? Und sind da noch mehr Faktoren drin? Nee, sogar noch viel mehr. Also es ist mehr als nur letztes Jahr, sondern auch, wie gesagt, in der, sondern auch jeder einzelne Tag sozusagen zählt da und wird in die Berechnung mit reingenommen. Können wir gerne auch nochmal im Detail machen, aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Genau. Aber wie gesagt, das fand ich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant. Und ich glaube, gerade im B2B-Bereich auch mal genau diese Übungen halt zu machen, wenn ich mit diesen Daten halt arbeite, sozusagen, also wie genau bin ich da schon mal dran? Und plus, wie gesagt, wenn ich jetzt hier eine Competitive Analysis mache, habe ich ja schon mal einen guten Hint, sozusagen, wo es wahrscheinlich effizienter ist. So, jetzt, genau, der Christopher sagte, ich haue einfach raus, ignoriert mich einfach. Nee, wir ignorieren hier keinen. Aber genau, wir haben so viel Content heute. Jetzt bin ich mal über die gesamte Keyword-Ebene gegangen und habe mal gefragt, Klicks ist gleich null. Also, von allen Keywords, die wir ja haben, über 16 Monate gesammelt, wie viele Keywords haben nie einen einzigen Klick bekommen? Und jetzt natürlich nicht erschrecken, Profis wissen das natürlich jetzt schon, wie gesagt, dass man hier nicht erschrecken muss, weil es sind über 90% der Keywords. Über 90% der Keywords, ja, für die wir gerankt haben, für die wir aktuell noch ranken, haben nie einen einzigen Klick bekommen. Ja, und über dem hinaus sind es auch nochmal ein Viertel der Impressions. Also, man sieht hier, wie viel Potenzial wir hier noch haben und wie sehr Google uns als Brand Cobra Europe auch mag, weil sie uns auch immer wieder sozusagen für bestimmte Sachen ausprobieren. Und ich glaube, der Alex hat ja vorher auch das wunderschöne Beispiel mit diesen Gummimatten gezeigt, wo Google wirklich so die extra Meile geht in den Titel, das mit der Gummimatte noch reinnimmt, um es mal auszuprobieren, ob es nicht für Gummimatten auch relevant ist, weil ich weiß, Cobra Europe hat Gummimatten. Die Leute suchen auch nach Cobra Gummimatten. Ja, also ich habe ja sozusagen nochmal diesen Brand Keyword Kombination, was auch nochmal ein sehr starker Hinweis darauf ist, dass die Leute eben Gummimatten von Cobra suchen. Und genau das versucht halt Google. Weil Google versucht ja auch nicht, die seit am besten zu ranken, die das beste SEO macht, sondern die das beste Ergebnis für den User ist. Und hier sehen sie einfach mal, wir haben hier bestimmte Challenges, aber das darf mich als Google ja nicht auffalten. Ich kann es ja nicht auf den Webmaster schieben, sondern ich versuche es selber quasi zu machen. Und das sehen wir auch hier nochmal sehr deutlich, dass Google uns immer wieder neue Chancen halt gibt, um uns quasi zu beweisen, um uns zu zeigen, wir sind relevant. Also am Ende des Tages kriegen wir halt einen Elfmeter zugeschaut und wir hauen ihn halt leider drüber. Und wir müssen mehr von diesen Elfmetern konvertieren. Haben wir gerade letzt auch gesehen im Spiel Bayern gegen Dortmund. Wissen wir, legitimer Elfmeter kurz vor Ende. Es ist zu früh für solche Witze. Und was mache ich das mit dem Bielefeld-Fan? Egal. Whatever. Die verlieren einfach den Kino gegen Bayern und fahren nach Hause, aber die Dortmunder müssen sich dann wieder aufhören. Egal. So, kurz Exkurs. Und da sind natürlich auch wirklich, ich glaube, ganz nette Sachen drin. Bodenschutzmatten, Kabelbrücke, Kabelkanal außen. Also ich sage sicherlich nicht alles super relevant für uns. Gesundheit am Arbeitsplatz, mein Gott. Aber hier ergonomischer Steharbeitsplatz, Schweißschutz. Aber ich glaube, so Bodenschutzmatten alleine. Ich glaube, das ist schon gut. Bodenschutzmatten, das ist ja auch etwas, was ihr originär macht. Deswegen gucke ich mir mal Bodenschutzmatten genauer an. Und da sehen wir, dass wir auch hier wirklich richtig die Chance hatten. Also Google gibt uns immer zu einem gewissen Maße halt auch mal ein bisschen Page-One-Time. Also ein bisschen so Hang-Time auf der ersten Seite. Weil nur da passieren halt auch überall Klicks. Das weiß natürlich auch Google. Das ist immer ein bisschen verwirrend mit den Averages. Aber ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal deutlicher erklären. Aber wir haben schon gesehen, dass Google sich schon hier sehr klar mittlerweile entschieden hat. Das ist einfach nicht relevant. Die Leute klicken einfach nicht auf dieses Ergebnis. Und da gucken wir uns mal ran. Warum? Warum kann das sein? Wenn die Leute Bodenschutzmatten suchen, warum klicken sie nicht auf uns? Ich habe uns jetzt mal hier auf Seite 11 gefunden, wie es ja jetzt gerade auch in den Daten drin stand. Und das ist unser Snippet. Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Koba Europe. Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlage. Für welche Untergründe sind Koba Bodenschutzmatten geeignet? Also würde ich da wirklich draufklicken? Macht mich nicht wirklich an. Vor allem, wenn ich das... Was ist der Komfort? Lock, Matten liegen bei uns im Lager. Top-Produkt, super Qualität. Geil. Also hier nochmal Shoutout quasi an die Produkte von Koba. Sauber. Also mega besser ranken, weil eure Produkte sind top. Ja, jetzt müssen es noch mehr Leute finden. Genau. Und jetzt, also warum klicken uns die Leute nicht an? Gerade wenn ich jetzt mal in die Top-Ten suche, wenn ich suche nach Bodenschutzmatten. Bodenschutzmatten, Test und Vergleich 12, 21. Ich meine gut, Test ist jetzt natürlich nochmal anders. Wir verkaufen sie ja. Aber das ist natürlich eine harte Konkurrenz. Mit Bodenschutzmatten zur Umsatzsteigerung. Krass. Ja, es gibt sogar sozusagen diesen Aspekt, wenn du Bodenschutzmatten hast, kannst du Umsatz steigern. Also auch nochmal eine sehr interessante Möglichkeit, hier informational Content sogar bei einem higher transactional Keyword zu platzieren. Ich meine, wir sehen ja, wir haben sogar eine Product, also eine Productbox. Aber gerade mit sowas mit Bodenschutzmatten zur Umsatzsteigerung, was mich dann schon ein bisschen engaged, wo ich sage, eigentlich wollte ich was kaufen, aber jetzt klicke ich mal drauf, weil das scheint interessant zu sein. Finde ich einen interessanten Aspekt hier. Und dann natürlich auch hier wieder wird verkauft, wird verkauft. Hier Flussstützen online kaufen. Bodenschutzmatten für Teppichboden. Online kaufen bei Sigmüller, was weiß ich auch immer. Und da stinkt halt unser Snippet so ein bisschen ab. Und wie gesagt, erklärt dann halt auch, warum wir hier für Bodenschutzmatten eben den Elfmeter nicht konvertieren konnten, weil die Leute uns einfach da nicht angeklickt haben. Und man sieht auch wirklich, wie Google dann sozusagen schon sehr viel auf dieser Seite auch ignoriert. Also das ist die Seite. Und wir haben hier zum Beispiel auch Fragen drin, die übrigens auch mit FAQ-Page-Schema ausgezeichnet sind. Also sehr, sehr gut. Aber leider hilft es uns in dem Fall hier nicht. Weil ich habe hier zum Beispiel mal genommen eine Frage, welche Bodenschutzmatten ist am besten für Teppichböden? Wenn ich sie in Klammern setze, here we are. Ja, ich bin. Das bin ich. That's it. Nehme ich die Klammer weg. Die trinke ich gar nicht mehr. Und da sehen wir schon, Google liest den Content schon aus, aber sieht uns 0,0 relevant dafür, weil wir uns halt auch gerade sozusagen bei diesen Themen einfach gar nicht so durchsetzen können. Und das ist die Seite an sich. Und da sehen wir auch historisch 170 Keywords. Ist einfach nur noch so eine Handvoll, wo es halt klappt. Eben gerade, wenn jemand auch vielleicht nach Koba entsprechen. Aber sonst funktioniert die Seite einfach wirklich nicht gut. Und man sieht es auch, diese ganzen Fragen, die ich da erwähne, die sind hier gar nicht mal drin. Also dafür renkt die dann eben entsprechend halt auch gar nicht. So. Sie renkt dafür aber auch die Bürostuhlunterlagen. Und auch mit einem ganz guten Search Volume. Auch das habe ich mir nochmal direkt angeguckt. Und hier sehen wir auch einen sehr interessanten Effekt, weil hier renkt diese Seite, die Bodenschutzmatten-Seite, plus es renkt nochmal ein explizites Produkt, diese Chairmed PC, beziehungsweise die Chairmed PET. Und wenn ich die URLs jetzt quasi, die Performance der URL für dieses Keyword direkt miteinander vergleiche, darauf bin ich ja immer sehr stolz. Das kann man nur mit Write. Genauso wie auf der anderen Seite. Ich kann mir auch die Ranking-Performance unterschiedlich einzelner Keywords, also einer Seite einzelner Keywords quasi direkt miteinander vergleichen. Und wenn ich das halt mache, da sehe ich auch wieder, was Google hier macht. Sie ranken die Schutzmatten-Seite. Sie ranken die Schutzmatten-Seite. Dann nehmen sie hier. Jetzt hier kommt der Switch. Jetzt ist es die Produktseite. Dann habe ich auch ganz viel, wo dann beide ranken. Mein Sample ist jetzt hier halt sehr klein, aber nichtsdestotrotz stimmt der Punkt. Sehen wir wirklich hier, zum Beispiel werden es wieder beide. Beide, jetzt nur die eine, nur die andere. Also wir sehen hier wirklich, wie Google sagt, also ich habe diese Seite, ich habe ein Produkt. Ich weiß doch, du bist relevant dafür. Komm, ich probiere es mal mit dem Produkt, mal mit beiden als Indented Result. Mal nur die eine, nur die andere, mal gar keine. Also Google versucht hier wirklich sozusagen, ja, eigentlich euch zu ranken. Aber ja, am Ende des Tages, ja, es fehlt einfach die Click-Through-Rate. Und demnach sozusagen tun wir uns da halt schwer. Und warum? Auch wenn ich nach Bürostuhlunterlagen suche, mei, Bodenschutzmatten-Bürostuhlunterlagen, auch da ist halt das Snippet einfach nicht sexy. Ja, und vor allem, wie gesagt, im Vergleich mit in der Top 10, Bodenschutzmatten-Bürostuhlunterlagen, günstig bei Roller, ne, auch hier sogar noch mit der Price-Range hier direkt drin im Rich Snippet. Alles, was du über Bürostuhlunterlagen wissen solltest, naja gut, muss ich jetzt nicht umlegen, aber online kaufen auf Ebay, ja, die sechs beliebtesten Modelle, ja, die Top 10 besten Bodenschutzmatten, Bodenschutzmatten günstig kaufen, günstig kaufen, Preisverleih, günstig bei Idealo, ne, das macht einfach die Leute mehr an als dieses Resultat. Vielleicht gerade, wenn ich Koba halt kenne, sonst mache ich da einfach keinen Stich. Und ich glaube, das ist wirklich, da kann man sehr schön durch diese Klicks-gleich-Null-Analyse, kann man sehr schön einfach neue Targets finden, wo ich sage, da versuche ich jetzt mal, mich in die Top 10 vorzurobben. Genau. Werbematten war auch noch so ein Beispiel, wo wir bislang keine Klicks hatten, und das ist auch etwas, was ihr anbietet, ne, Werbematten. Und hier sieht man auch wieder sehr schön, ne, wie es einen Blog-Artikel gibt, ja, Logomatten und Werbematten mit ihr Logo Schritt für Schritt, Schritt auf Tritt. Und es gibt hier Produkte, also Logomatten-Übersicht-Seite, ein Produkt-Logomat und eine Produkt-Pro-Momet 2, ne. Und wenn ich die auch wieder direkt miteinander vergleiche, sehen wir auch hier wieder sehr schön hier, was der Blog-Post, der hier gerankt hat, ne, der kam hier manchmal sogar schon, ne, hier, hier löst mich, hier löst mich hier was, mit diesen einzelnen Datenpunkten, sorry. Also gut, auf jeden Fall war es hier der Blog-Post, hier kommt der Switch, ja, hier ist doppelt, ne, hier ist der Blog-Post und die Logomatten-Seite, ne, sehen wir hier, und beziehungsweise dann der Komplett-Switch, hier nochmal so, einmal so, einmal so, ne, auch wieder da. Ja, Übersicht-Seite, Ding-Seite, Produkt-Seite, alle zusammen, mal die beiden zusammen, mal nur die, mal die beiden zusammen, ne, unterschiedliche Szenarien, wo Google einfach versucht, ne. Ich glaube, ihr seid für Werbematten relevant, komm, das muss doch irgendwie gehen, keine Click-Through-Rate und daran liegt einfach das Problem, ne. Wo ist jetzt hier das Problem, wenn ich nach Werbematten suche, ne, Werbematten, Logomatten, betrugte Fußmatten, das ist genau, was ich suche, Werbematten, Aktionsmatten, genau, was ich suche, ne, individuell bedruckt, super, individuell bedrucken, Logomatten und Werbematten individuell bedrucken lassen, klasse, das ist genau, was ich suche, und bei uns, Promomat, Coba Europe, ne, das ist halt dieses Produkt, ja, also das ist halt die Promomat-Werbematte, ne, aber dann lass es uns auch sagen, lass uns sagen, Promomat, die beste Werbematte, oder was weiß ich auch immer, die Werbematten individuell mit Logo bedrucken lassen, oder was weiß ich auch immer, wir haben halt hier wirklich nur diesen, quasi nur dieses Produkt. Auf der anderen Seite, haben wir diesen Blogpost, ne, Logomatten und Werbematten, ihr Logo auf Schritt und Tritt, und da ist wieder das Interessante, weil es ist eigentlich Commercial, wir sehen es ja, wir haben ja gesehen in den Serbs, das sind eigentlich Commercial Ergebnisse, die Leute wollen jetzt eben individuelle Werbematten entsprechend kaufen, ne, und deswegen tut ja Google sozusagen auch gerade sich sozusagen überwiegend sozusagen auch für das Produkt hier entscheiden, wie jetzt in dem Fall, dass es dieses individuelle Produkt da gerankt hat, und das ist ja wieder eher so ein Informational Content, ne, also es ist ja eher so ein Informational Content, wo Google sagt, ja, ist ja nett, dass du jetzt Informational Content hast, aber die Leute interessiert gar nichts rund um Werbematten, die Leute wollen einfach Merbematten direkt kaufen, ne, und ich glaube, das ist hier wirklich diese, diese Differenzierung, und von hier wiederum verlinke ich auch wieder nur auf diese, auf diese Werbematten. Also ich glaube, wie gesagt, auch wieder hier, ne, ich habe hier das Produkt, ich habe hier ein Informational Content, ich brauche jetzt eigentlich hier sozusagen eine Commercial-Seite zum Thema Werbematten, ne, aber sozusagen, oder ich mache halt diese Produktseite zu eben genau dem, ne, um Google hier einfach das Leichte zu machen, zu differenzieren, was hier wirklich ranken soll, und dass ich natürlich die Möglichkeit habe, mit einem gescheiten Snippet, ne, Logo und Werbematten hier individuell bedrucken lassen, bei Koba, 100 Jahre, Marktführer, was weiß ich auch immer, whatever, I don't know, was auch immer praktisch bedarf, damit sich die Leute da durchlitten, ne, gerne auch natürlich Rich Snippets, Sternebewertung, whatever. Und wir sehen das hier sehr deutlich nochmal an diesem Blog-Post, dass der einfach nicht funktioniert, ne, ne, ähm, der hat gerade mal vier Klicks bekommen im letzten Jahr, ne, über 42 Keywords hinweg und Koba-Logo, ja, ich meine, das ist halt genau das Ding, der wird als Sidelink mal angezeigt, ne, aber sonst, ja, also, wir sehen es, ne, also er funktioniert irgendwie für nichts richtig, ne, kein Fisch, kein Fleisch, weil es einfach kein Information in den Tent hat, dieses Werbematten-Thema, ne, und, äh, und genau so funktioniert es dann eben auch nicht. Generell interessieren mich natürlich Fragen, ne, äh, überhaupt, äh, weil ich glaube, wir gehen ja sehr oft auf diesen Shorthead, also, dass Leute eine, eine Rutsch-, eine Antirutschmatte suchen, eine Bodenmatte, Gummifliesen, aber gerade bei solchen Themen ist auch sehr häufig, glaube ich, ähm, eine sehr große Consideration-Phase, also, wo die Leute einfach bestimmte Fragen haben, um erstmal rauszufinden, was für ein Produkt brauche ich überhaupt, ne, zum Beispiel, ich muss bestimmte Normen erfüllen, Brandschutznormen, äh, Baunormen, äh, Arbeitssicherheitsnormen, was weiß ich auch immer, ne, und jetzt muss ich erstmal verstehen, was brauche ich überhaupt in meinem Betrieb, ne, und das ist, glaube ich, nochmal eine sehr schöne Möglichkeit, ne, einfach einen Schritt früher in den Funnel hier reinzukommen, wo also die Leute sich gerade noch informieren, was sie überhaupt brauchen, ihnen da Hilfestellung zu leisten, ihnen da behilflich zu sein, was sie brauchen, um dann meine Produkte hier zu empfehlen, ja, und nicht, dass sie quasi diese, diese Entscheidungsphase vorher treffen und dann sozusagen, äh, tun wir uns halt, ähm, äh, quasi, ja, also mit den, mit den anderen sozusagen um den Shorthead da quasi clashen, also am Ende des Tages drehen wir da jeden Tag quasi unsere Runden im Haifischbecken und das macht ja auch keinen Spaß, ne, also von dem her, ich glaube, diese Fragen ermöglichen uns immer sozusagen einen Schritt früher in den Funnel reinzukommen, ne, und da sind auch Sachen, die gut funktionieren, was ist MBR, was ist EPDM, was weiß ich auch immer, also da sind schon einige Sachen, die da auch gut funktionieren und deswegen mache ich dieselbe Analyse jetzt wieder auch mit Klicks gleich null, ne, und da sehen wir, ne, von 267, Key, also von 267 Fragen, für die wir ranken, 245, in den einzigen Klick bekommen, ne, und, und das ist natürlich auch wieder interessant, das sind Fragen, auf die wir jetzt direkt werfen können, beziehungsweise in dem Moment, also in diesem Fall müssen wir natürlich noch mehr Demand auch generieren, also wir müssen überhaupt auch noch mehr für noch mehr Fragen, ähm, ranken, aber selbst hier sehen wir, ähm, wir können sogar aus dem, was wir haben, auch schon noch mehr rausholen. Gehen wir mal auf Seitenebene, boah, wir haben schon 13 Uhr, also cool, dass ihr noch alle dabei seid, also das auch noch was keiner gegangen ist, ich hab noch ein bisschen, also, aber es wird geil, also, wie gesagt, ich bin gerade, ich wärme mich gerade auf, ich hab noch coole Sachen, also ich hoffe, ich wollte noch ganz kurz sagen, ja, der Heiko hat mal gegoogelt, ähm, was passiert so, was für Ergebnisse, wenn man nach Markus Tandler nackt sucht, und da kommt dann die Safe Search raus. Super gemacht, Heiko, klasse, äh, vielen Dank, ich brauch ein neues Beispiel, okay, da tun wir einfach so ein Beispiel irgendwie rausrülpsen, ja, und schon wird es einfach wieder gleich gegen einen verwendet, ich wollte ja nur wirklich sagen, dass es natürlich sehr häufig der Fall ist, ne, dass man für Sachen auf Nummer 1 rankt, die einfach keiner sucht, ähm, egal, aber gut gemacht, Heiko, gut, gut gemacht, well done, äh, so, gehen wir mal auf, er ist klassiker SEO, genau, das ist ein Disney-Seo, ähm, gehen wir mal auf Seitenebene, hier können wir sehen, 411, ähm, Seiten, ähm, die wir hier drin haben, ähm, und, ähm, jetzt interessiert mich natürlich sozusagen mal, ich muss mir mal die Struktur verstehen, ne, du hast jetzt natürlich nur das Slash.de bei uns angelegt in der Google Search Console, deswegen hab ich jetzt hier nur Slash.de, deswegen mach ich das jetzt einfach mal auf, also das hier, dieser Verzeichnis-Report ist immer eine sehr schöne Möglichkeit, sich mal einen grundlegenden Überblick über eine Seite zu verschaffen, ne, weil ich auch sehen kann, der Blog rankt für am meisten Keywords, kriegt auch am meisten Klicks, ne, auch den kann ich dann aufklicken, um wieder zu sehen, welche Blog-Posts auch hier wieder am besten funktionieren und welche Blog-Posts überhaupt gar nicht funktionieren, ja, das kann man hier sehr schön sehen, also dieser Directory-Report gibt mir immer die schöne Möglichkeit, sehr schnell eine gute Übersicht darüber zu kriegen, ähm, was auf meiner Seite wie funktioniert und jetzt slice und dice ich das, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel Blog natürlich als erstes mal her, gehe also jetzt auf Seitenebene, Page contains Blog, wir sehen, das sind 61 Seiten, also 15% unserer indexierten Seiten im DE-Bereich sind Blog-Seiten und fast 50% der Klicks, ne, und da sehen wir schon, das ist ein super gesundes Verhältnis, ne, also dass wirklich 15% der Seiten hier die Hälfte der Klicks generiert, sehr, sehr geil, offenbart aber natürlich, dass wahrscheinlich, ähm, das irrelevante Zeug woanders liegt, genau, und Armin, bitte tu den Heiko nicht noch ermuntern, danke, ja, so, wir müssen schlechte Witze nicht noch schlechter machen, so, äh, genau, ähm, so, äh, muss man auch machen, der Armin kann aber das wäre eigentlich schon eine Leistung, wenn du es schaffst, mit, äh, Markus Tandler nackt im Spiegel online zu ranken, so, können wir jetzt mal wieder Seumachen, ja, können wir, können wir wieder, das ist okay, so, es ist nach 13 Uhr, ich verstehe es, aber so, jetzt mal wieder Konzentration, so, ähm, ich habe mir hier übrigens noch, ähm, ich suche ja auch immer sehr gerne so nach Low-Hanging-Fruits, ne, was funktioniert nicht, was kann ich da machen, oh, guck mal hier, Bodenmatten, da können wir was tun, was ich aber auch noch sehr gerne mache, ist alles gut, er entschuldige sich hier gerade, alles gut, äh, ähm, Stammhörer dürfen das, ähm, und was ich aber auch sehr gerne mache, ist etwas zu nehmen, was schon sehr gut funktioniert, und es vielleicht sogar noch besser zu machen, ne, also, weil wir daraus an der Position der Stärke natürlich agieren, ne, und das ist vielleicht in manchen Fällen sogar noch einfacher, und deswegen habe ich immer... Also, kurz, stärken, stärken, funktioniert besser, als Schwächen zu stärken. Genau, äh, ja, nee, aber klar, ne, also, wenn das schon gut funktioniert, vielleicht kann ich ja sogar noch mal herausholen, ne, und wir gucken uns mal diese eine Seite an, die beste hier, die hier angegeben wird, ne, und da sehen wir auch die Rank für fast 500 verschiedene Keywords, 8300 Klicks, ne, und man sieht's, steady nach oben, das ist so ein Blogpost, so soll's sein, ne, also, das ist wirklich so, wie ich mir das vorstelle, so muss ein erfolgreicher Blogpost entsprechend halt aussehen, Top Keyword hier, DIN 51130, ne, ähm, genau, sehen wir auch hier, Top 1, 25% Klickrate, das riecht schon nach, genau, ihr habt's alle richtig erraten, Featured Snippet, ne, supergeil, ne, schönes Featured Snippet, und da machen wir richtig, ähm, richtig Reibach an Klicks, richtig gut gelaufen. Ähm, aber natürlich kann ich jetzt auch wieder auf Einzelebene hergehen und kann sagen, von dieser super funktionierenden Seite, was funktioniert nicht, ne, und da sehen wir selbst bei einer so gut funktionierenden Seite, ne, dass hier 86% der Keywords einfach kein, nie einen Klick bekommen haben, aber das sehen wir auch, ne, wir sehen ja gerade, wie sie immer mehr Klicks bekommen, das ist ja genau das, was wir vorher eigentlich schon hatten, ne, wir sind erfolgreich, und Google sagt, weißt du was, ich probier das auch mal hier aus, ich probier es auch mal da, also, wenn du gut funktionierst, gibt Google dir immer wieder neue Chancen, ne, und genau das passiert, dir geben es neue Chancen, und so, was wir gerade auf Makroebene, auf Gesamtseitenebene schon gesehen haben, spiegelt sich auch genau bei Blogposts halt wieder, bei erfolgreichen Blogposts, ne, dass auch hier einfach immer wieder neue Chancen entsprechend halt entstehen, ne, wo wir auch mit einer gut funktionierenden Seite vielleicht noch mehr rausholen können. ähm, und da fand ich besonders interessant, genau Rutschfestigkeitsklasse, ne, also hier überhaupt die Rutschfestigkeit, Rutschfestigkeitsklasse, ne, 11.5, also wo wir sozusagen so um die Top Ten kämpfen, ne, haben ja auch keinen, kein, kein Klick bekommen, wo wir sehen, ja, da sind wir in der Tat, ne, so, ja, so, da haben wir eine Chance auf die Top Ten, ne, uns da zu etablieren, aber ja, im Moment hat sich halt noch keiner durchgeklickt, ne, ich meine, bei 350 Impressions sozusagen kann es natürlich auch mal etwas länger dauern, das ist jetzt überhaupt gar kein Thema, aber nichtsdestotrotz, ne, das ist vielleicht etwas, was wir hier tacklen können, ne, und warum, ne, um Rutschfestigkeitsklassen, Rutschheim und Rutschsicherheit nach dienen, also es offenbart sich nicht so wirklich, dass das da drin ist, aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist hier eher, ich glaube, wir haben noch sehr viel Keyword-Potenzial rund um Rutschfestigkeit, Klassen oder was weiß ich auch immer, nämlich gerade auch Brandschutzklassen, Rutschfestigkeitsklassen und ich glaube, das sind gerade so wirklich juicy B2B-Keywords, ne, was so eine, also was halt wirklich sozusagen jemand sucht, ne, ich habe jetzt hier ein neues Gebäude quasi hingestellt und ich muss jetzt hier Brandschutzklassen oder was muss ich über für Standards erfüllen, was brauche ich da überhaupt, ne, also genau diesen informational Content, wo wir aktuell einfach sozusagen durch, durch Zufall ranken, sozusagen, oder weil Google uns da ja einfach schon sieht, aber wo wir einfach gar nicht konvertieren können, ne, und ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass wir hier etwas daraus bauen, um eben für diese, ich glaube, B2B, also Informationssammelfasen sozusagen, dass wir hier entsprechend mitspielen können. Und das Zweite war mit DIN und da sieht man das auch nochmal, glaube ich, sehr schön, nämlich gerade Keyword-Contains-DIN, also über meine ganzen Keywords gezogen, das sind gerade mal 202 Keywords, aber es sind insgesamt 15% der Klicks, ne, und das ist natürlich holy shit, also da ist auch viel Musik und ich glaube auch so Fragen, wo Leute speziell nach DIN suchen, da suchen sie nach einer bestimmten Norm, wie kann ich die erfüllen, was brauche ich da für ein Produkt, ne, und ich glaube, das ist halt wirklich sehr schön, glaube ich, um sozusagen in diese Consideration-Phase mit reinzukommen und deswegen auch hier Keyword-Contains-DIN, Klicks equals zero, ah, 170 von denen funktionieren gar nicht, ne, und da habe ich auch Brandschutz, DIN-Norm, ne, ist das irgendwas, wo ich auch ein Produkt habe, dann gehe ich da doch vielleicht drauf, ne, also vielleicht auch hier nochmal eine schöne Möglichkeit, Keyword-to-D-Search zu betreiben mit dem, was wir überhaupt schon haben, ne, also wir müssen gar nicht mehr external Keyword-Research machen, sondern wir können einfach noch mehr machen aus dem, was wir sowieso hier schon von Google bekommen. Ähm, die zweite positive Artikel, den ich hier hatte, ist fünf ultimative Tipps für geringe Rutschgefahr auf Außentreppen und Stufen, natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, und auch da wieder, ne, erfolgreicher Blog-Post, 744 verschiedene Keywords, 3000 Klicks, ne, ein bisschen schlechter jetzt als der andere, aber nichtsdestotrotz immer noch positive Tendenz, das ist ein guter Blog-Post. Und das ist wichtig, weil jetzt gucken wir uns Blog-Post-Artikel mit Klicks equal zero an, die eben nicht gut funktionieren. Und da sieht man dann sehr deutlich den Unterschied, ich meine, von 60 sind es 20, also zwei Drittel funktionieren, ein Drittel funktioniert gut, ein Drittel lala, ein Drittel gar nicht, ne, das ist schon so was, was können wir hier vielleicht jetzt auch unseren Seitenkonstrukt auch rausnehmen, ne, wo können wir mal feucht durchwischen, ne, und dann sieht man sehr deutlich den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Blog-Post und einem Blog-Post, der nicht funktioniert. acht Keywords, ne, ja, Google hat es halt probiert, also diese kürzere Ausfallzeit bei Modernisierung im Einzelhandel, ne, Google sagt, keine Ahnung, ich probiere es mal für Alternativen zum Einzelhandeln, Ausfallzeit, Ausfallzeiten erkennen, äh, Experten, Deutschland, Polen, was, was ist denn das hier, okay, das ist jetzt ein Schmarrn, aber egal, whatever, aber, aber, aber ihr seht es ja schon, ne, also, sozusagen, Google hat schon mal ein Problem, das einzuordnen, es funktioniert halt nicht, und warum soll ich dir dann neue Chancen geben, weil schon die initialen Sachen funktionieren halt nicht, ne, genau, ein anderer Blog-Post, auch wieder hier, Arbeitsplatzmatten, Checkliste für die Auswahl, war ich initial eigentlich ein Fan davon, weil ich denke, Arbeitsplatzmatten, Checkliste, oh, geil, ja, also das ist doch vielleicht was Cooles, ne, was auch vielleicht so eine Assistentin auch sucht, ne, hier Befehle vom Chef, suchen Sie mal, geben Sie uns mal eine Checkliste für Arbeitsplatzmatten, die wir jetzt hier anschaffen müssen, ne, Themen-Keywords, ne, Checkliste Arbeit, Checkliste Ergonomie, Arbeitsplatz, Ergonomie, Checkliste, ja, irgendwie fallen wir da auch so ein bisschen in ein anderes Raster rein, aber wie gesagt, es funktioniert gar nicht initial, dann funktioniert auch nichts, ne, und ich finde es wirklich sehr schön zu erkennen, ein guter Blog-Post, ne, also, wie ich finde, kann man wirklich sehr schön sehen gegenüber etwas, was halt nicht funktioniert, weil wir initial sozusagen hier schon gar nicht richtig aus der Tür kommen. Übrigens, das ist die Seite, ne, Checkliste für die Auswahl, ne, ne, ökonomische Arbeitsplattenmatten, ah, deswegen kommt auch dieses ökonomische entsprechend halt hin, habe ich hier vielleicht jetzt zwei Konzepte in eins vermischt, hätte ich mich vielleicht doch mehr nur auf die Ergonomie konzentrieren müssen, statt auf diese allgemeine Auswahl sozusagen, ne, und wenn ich mal gucke, ne, hier, welche Eigenschaften sollte eine Ermüdungsmatte haben, was hatte ich das, ach so, genau, also das ist ja meine Checkliste, ne, welche Eigenschaften sollte eine Anti-Ermüdungsmatte haben, ne, und wenn ich das suche, da renken wir zwar mit Koba, ja, aber selbst da sozusagen tut er sich nicht mal bevorzugen, ja, also das scheint ja auch nochmal wirklich sehr deutlich, dass Google wirklich hier mit unserem Informational-Content einfach so, mh, ja, ich weiß nicht, wenn ich sowas machen kann, das ist nett, dass du das geschrieben hast, aber irgendwie bin mir da ganz, ne, also das ist irgendwie so, so das General-Feeling, was ich da entsprechend kriege bei diesen Dingen. Und Checklisten eignen sich auch immer hervorragend, um Lead-Formulare entsprechend auch ausfüllen zu lassen, also selbst wenn ihr den Content auf der Seite anbietet, zu sagen, hey, übrigens, möchtest du das PDF haben zum Ausdrucken, there you go, ich schickst dir per E-Mail zu oder so. Ey, ich war ein bisschen Checkliste, ne, und ich meine, das ist jetzt so ein Artikel, ne, also, da kann man so viel rausholen, ne, ich glaube, und so viele Unterfragen sind da halt drin, ne, und es war, ja, wir probieren's, aber das klappt dann auch nicht richtig, und deswegen auch, wenn dann halt gescheit, aber man weiß auf jeden Fall auch, wenn wir das republishen, wir kriegen immer wieder eine neue Chance, weil Google mag uns. So, jetzt gehen wir auf die Produkt-Ebene, ne, jetzt waren wir bei Blog, jetzt gucken wir mal, wie man das bei Produkt machen kann, und hier sehen wir jetzt nochmal den deutlichen Unterschied von Blog, ne, 60 Seiten waren's, und was über die Hälfte der Klicks, glaube ich, hier, das ist fast die Hälfte unserer Seite, sind Produkte, aber gerade mal 15% der Klicks, ne, und das finde ich auch wieder, ne, das ist jetzt wiederum ungesund, ne, oder auf jeden Fall ungesünder, ja, weil wir doch sehr viele Seiten haben, ne, die nicht mal die Hälfte der Impressions generieren, und wie gesagt, gerade mal ein Viertel der Klicks, also hier scheint deutlich mehr Ausschussware drin zu sein. Gucken wir aber mal, was hier gut ist, der Cobra Grip Sheet, ne, also quasi auch wieder da, was ist denn hier eigentlich das beste Produkt, was wir haben, und da ist auch irgendwie, äh, geht eher nach unten, ne, das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht, das ist unser Bestes, und es geht auch schon so ein bisschen so nach unten, das ist natürlich ein wichtiger Indikator, ne, rutschfester Bodenbelag außen, ne, suche ich mal rutschfester Bodenbelag außen, ja, ja, Cobra Grip Sheet, ne, also, ne, rutschfester Bodenbelag außen, ein rutschfester Bodenbelag für den Innen- und Außenbereich, ah, den kann ich da kaufen, ne, da kann ich was kaufen, für Bodenlande, la la la, ne, Amazon, und bei uns Cobra Grip Sheet, Cobra Europe, ne, rutschfester Bodenbelag, ich meine, die Description offenbart schon, das ist da drin, ne, sozusagen, das ist ein rutschfester Bodenbelag, ja, aber ich glaube, es würde uns hier wirklich auch gut tun, das quasi auch hier im Title halt wieder zu spiegeln und eben nicht nur den, den Brandname, ne, weil, obwohl das sozusagen, das ist unsere beste Produktseite, unser bestes Keyword, der besten Produktseite, und selbst hier haben wir nur 4,4%, ne, eben genau aus diesem Grund, und das ist genau der Punkt, ich glaube, hier können wir noch mehr rausholen, ne, hier schaffen wir es sogar bestimmt, vielleicht sogar noch über die Imagebox rüber zu kommen und über den Kollegen sowieso, ne, einfach wahrscheinlich, weil wir es direkt in den Title, ähm, schon mal mit rausnehmen, aber das passiert uns halt sehr häufig, ne, dass wir diese Produkte haben, informational, und ja, wie gesagt, Google entscheidet sich, die Produkte funktionieren nicht richtig, weil sie nur produktspezifisch sind, die informational sind zu informational für diese Transactional Searches, ne, also, es ist so ein bisschen Fisch, Fleisch, ja, Surf and Turf, irgendwie, ich glaube nicht, ja, ähm, genau, der Cobra Grip Sheet, genau, jetzt habe ich den Cobra Grip Sheet nochmal nach Impressions sortiert, ne, um jetzt nochmal zu sehen, wo ist da noch ein Potenzial, und sehen wir auch, rutschfester Bodenbelag, also da funktioniert es dann halt wirklich gar nicht, und da ist so viel Musik, und das ist unsere beste Seite, ne, da ist so viel Musik drin, aber weil sie auch nur sozusagen diesen Brand-Name halt hat, hier ist, hier ist richtig Musik drin, hier können wir wirklich was rausholen, genau, Anti-Rutsch-Bodenbelag, ne, und da sehen wir dann auch wieder, hier sehe ich zum Beispiel jetzt, wie, hier wieder ein, ach so, hier Produkte, roten Bodenbeläge, hier hängt jetzt sogar wieder eine andere Seite, also auch da wieder dasselbe, was wir vorher schon hatten, das Google, mal dies, mal das, mal beide, und in dem Fall sozusagen, ja, ist es jetzt mal wieder eine andere Seite, ne, also, ich habe nicht mal sozusagen so einen Status immer, wo, wo immer auch dieses Keyword ringt, diese Seite, sondern ich habe immer unterschiedliche sozusagen, also Produkte informational und Google sozusagen macht es hier wild rum, wie auch wieder in dem Live-Beispiel schön zu sehen. Nach dem Motto heute hier, morgen dort. Genau. Dann jetzt auch wieder Page Contains Product klicks gleich zero, also wir haben ja auch gesehen, da sind auch viele Produkte, die ja scheinbar nicht gut funktionieren, interessanterweise ist hier nur 21 Seiten, also interessanterweise genau dieselbe Anzahl der Seiten, wie bei Blog, da waren es 60, 20 haben nicht, 21 haben nicht funktioniert, hier waren es 173, 21 haben nicht funktioniert, aber da sehen wir dann natürlich schon, dass einige Produkte einfach sehr wenige Klicks dann wahrscheinlich tendenziell halt auch generieren, ne, aber Klicks equal zero offenbart dann schon sehr bedeutend, welche Produkte eben auch nicht funktionieren, ne, und sowas gucken wir uns dann auch mal an, also diesen Tough Rip, und da auch wieder, ne, der Unterschied von einem erfolgreichen Produkt, einem erfolgreichen Blogpost, einem schlechten Blogpost, erfolgreiches Produkt, schlechtes Produkt, ne, das wird ausprobiert, dieses Tough Rip, für Eingangsmatte, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, ne, da wird es ausprobiert, funktioniert nicht, ich brauche dir auch keine neuen Chancen geben, das Ding funktioniert ja nicht, die Leute klicken es nicht an, ne, weil eben auch nur diese, ähm, dir dieses Produkt im Teil entsprechend halt da drin ist, ich kriege den Klicks in die Kamera, und die Seite ist mehr oder weniger tot, ähm, genau, Sauberlaufmatten aber wiederum sehr interessant, weil hier sehen wir auch nochmal genau das, was wir gerade auch schon, gerade noch, was ich gerade nochmal thematisiert habe, dass auch Google auch hier ganz wild verschiedene Sachen ausprobiert, ne, hier auf der einen Seite der Schmutzfang- und Sauberlaufmatten, äh, also die, die, die Product Category, dann habe ich hier die, die Blogseite über die Materialwelt der Schmutzfangmatten, ne, sehen wir auch hier, die funktioniert schon mal deutlich schlechter, und dann habe ich hier den Case noch rausgenommen, nämlich dieses ist diese, äh, dieses Produkt, was ich hier gerade, was ich hier gerade hatte, oder ist ein Produkt, jetzt habe ich sowas Falsche gewählt, aber ist egal, äh, aber das ist eins dieser Produkte, was für Sauberlaufmatten da entsprechend rankt, und da sehen wir auch wieder ganz deutlich, hier, also zum Beispiel hier rankt nur die Product Category, ne, 55 suchen, 55 mal diese, äh, Schmutzfangmatten und Sauberlaufmatten Category, dann haben wir hier 76, 76, 10, da weiß ich, dass 66 mal wurde nur die Product Category gezeigt, 10 mal Product Category und der Blogpost, als Indented Ranking, ne, ne, sehen wir auch immer hier sehr, sehr schön, ne, dann sagt Google, okay, das klappt nicht, jetzt machen wir was komplett anderes, ne, jetzt nehmen wir wieder nur die Product Category, dann nehmen wir hier zum Beispiel auch mal drei verschiedene, ne, also, und das, man sieht es hier wirklich super schön, ne, wie Google wieder genau dasselbe, ich probiere mal die, probiere mal die, mal die beiden zusammen, mal die beiden zusammen, mal die beiden zusammen, nur die eine, nur die andere, die beiden zusammen, ne, unterschiedlichste Szenarien werden hier quasi ausprobiert, um eben, what the hell, was ist die beste Seite für Sauberlaufmatten, ich will dich in der Top 10 ranken, bitte, 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 helf mir, ja, am Ende des Tages, wie gesagt, die Product Category kriegt immer noch die am meisten, sollte ja auch das Beste sein, aber, wir können hier wahrscheinlich auch schon optimistisch, die kleine, das ganze Verwirrpotenzial einfach halt rausnehmen, ne, wo Google einfach versucht, andere Seiten entsprechend auch hier zu ranken, genau, Sauberlaufmatten, ich habe es jetzt im Live-Fall hier, genau auf diese Product Category Seite gefunden, finde ich jetzt eigentlich ganz gut, Schmutzfangmatten und Sauberlaufmatten direkt vom Hersteller, ne, aber auch wieder hier in der Konkurrenz, also ich glaube, auch hier machen wir einen deutlich besseren Job, ne, aber hier ist einfach teilweise auch die Konkurrenz dann einfach ein bisschen besser, Sauberlaufmatten ab 3,99 ist natürlich schwer zu schlagen, gerade auch hier wunderschöne, wunderschöne Snippet dazu, Schmutzfangmatten und Sauberlaufmatten bei Hornbach, ne, super Brand, natürlich noch hier mit Hornbach auch gute Description, Amazon darf machen, was sie wollen, selbst mit totalem Scheiß, das ist halt Amazon, ja, die dürfen es halt, äh, genau, äh, und hier, ja, Schmutzfangmatten und Sauberlaufmatten direkt vom Hersteller, also, ne, ich glaube, alleine Description besser nutzen, Rich Snippets, also, ich glaube, da gibt es wirklich unterschiedliche, ähm, Sachen, wie wir hier die Möglichkeit haben, nochmal mehr aus diesem Sauberlaufmatten auszukommen, genau, dann habe ich noch den Newsroom, entsprechend, da sehen wir auch, das sind 38 Seiten, die hier 20% der Impressions generieren, ich so, wow, krass, und da gibt es nämlich vor allem eine Seite, die hier der absolute Outlier ist, hier 9500 Klicks, ich so, wow, ja, Gummiplatten, Eigenschaften von IDPM, NBR und SBR, Gummi, ja, 1300 Keywords für die, die rankt, 6500 Klicks, holy shit, ja, total geil, das ist eine der besten Seiten, die wir überhaupt haben, liegt in diesem Newsroom, ja, und, wenn ich hier auf dieser Ebene wieder hergehe, auch wieder da, ist eine super erfolgreiche Seite, wie kann ich mehr rausholen, übrigens, da hat mir auch der Hans ja volle Zustimmung gegeben, ne, erfolgreiche Formate identifizieren, davon mehr und besser machen, genau so ist es, ne, weil ich sehe auch hier von diesen 1300 Keywords für diese Seite rankt, 1100 haben noch nie einen Klick bekommen, und es ist genug Search Volume da, dass wir hier auch ein paar gescheite Klicks rausnehmen, wie zum Beispiel Gummiplatten, ne, also hatten wir voll. Wie würde ich sagen, das kenne ich doch noch von vorhin ungefähr. Genau, fast das Gleiche, ne, äh, genau, aber auch nicht ganz. Und, und da habe ich mal zum Beispiel eins genommen, SBR Gummiplatten, was die hier Leute hier suchen, ne, für die wir auch ranken, ne, SBR Gummiplatten, Meta-Ware, aha, hier, also da, ich glaube, wenn ich da raufklicke, ins Gummiplatten-Gaufhaus, da werde ich das kriegen, was ich gesucht habe, Gummiplatten aus SBR Gummi bei Floor Direct, klingt auch gut, bei Technik Plaza, hier Meta-Ware, hier Gummiplatten, die ich kaufen kann, und bei uns, Eigenschaften von EPDM, NBR und SBR Gummi, ne, da auch wieder Commercial Intente, also die Leute wollen was kaufen, ne, und ich habe jetzt hier eigentlich diesen Informational Content, ja, also in dem Fall ist es ja auch wirklich ein Newsroom-Artikel, ne, ne, also auch dann wieder da, ne, wenn das für mich relevant ist, ne, versuche ich da eher wieder eine Category zu ranken für eben SDR Gummiplatten, ne, aber dieser Newsroom, der da einfach accidentally dafür rankt, ne, weil einfach Google auch einfach gar nichts anderes findet, ne, sozusagen, der, der macht hier halt eben auch keinen Stich, ne, und von dem her, ich glaube, das hier noch ein ganz cooles, ganz cooles Potenzial. Diese PC-Category, also mit den Product-Categories sehen wir 25%, 13% der Klicks, also das auch, das ist auch sehr, sehr gesund, diese Product-Categories haben wir auch schon gesehen. Zwei letzte Punkte, Cannibalization, ne, da in unserem Kannibalisierungs-Report sehen wir auch nochmal genau das, was wir jetzt eigentlich auch in den Reports die ganze Zeit gesehen haben, aber hier nochmal ein sehr schöner Entry-Punkt, wenn man es auf diese Richtung machen will, ne, Bodenschutzfolie, drei Seiten, die hier mit der Kalender konkurrieren, auch wieder hier eine Produktseite, die Product-Category, noch ein anderes Produkt, ne, und genau so sehen wir das halt immer wieder, dass entweder Produkt- und Produkt-Categorie sich gegenseitig kannibalisieren oder eben auch Informational-Content mit Produkt-Content. Und last but not least, ctr-underperformer-Report, ne, also wo, ne, haben wir schon algorithmisch das Gefühl, ne, hier könnte mal ein Problem entstehen, weil halt die Klickrate geringer ist, als was ich auf der entsprechenden Position entsprechend erwartet hätte. Und da habe ich zum Beispiel das Thema Automat, ja, Automat, Top 1, absolut Top 1, nur 3,5% Click-Through-Rate, verstehe ich nicht, ich habe mal danach gesucht, Automat-Premium-Anti-Emüdungs-Matte, Ultimate-Anti-Emüdungs-Matte, ja, da ist, ich weiß nicht sozusagen, also warum hier nur 3,5% der Leute da draufklicken, das ist halt hier nochmal ganz cool, hier mit den, weil da ein Preis ist auf Lager, ne, und so, ist das hier ein Faktor, ich weiß nicht, ne, aber auf jeden Fall komischer Case, deswegen wollte ich den kurz zeigen. Und das zweite Fußmatte draußen, und das ist ein ganz klarer Test-Szenario, der gerade anfängt, ne, für Fußmatte draußen, hier fängt gerade an, es Spaß zu machen, Klickrate passt nicht, das läuft in echt Gefahr, dass wir hier wieder rausgespült werden. And that's it. Das war's. Sauber. Sorry, ein bisschen überzogen, aber ihr, also man sieht wieder, ne, Alex und ich, we love our jobs, ne, also wir lieben das, und so durch die Daten, ich konnte einfach nicht stoppen, war so interessant. Ja, nee, nee, das ist auch sehr schön, und wenn ich, wenn ich am Ende des Ganzen, zwei kurze Sachen, wirklich, wirklich sehr, sehr gute Analysen, auch einige wirkliche gute Ideen, und wenn, was du am Schluss hattest, mit, mit, ähm, no CTA, Analytics, und Stuff like this, das ist was, was ich im Moment gerade mache, ähm, das letzte Keyword, was du genannt hast, da habe ich gerade dran gearbeitet, um das zu verbessern, und so weiter, ähm, und das zeigt mir schon, dass sich noch eine Menge machen lässt, und auch einige wirklich gute Ideen, auf der anderen Seite, und da muss ich echt sagen, sorry, zeigt es mir aber auch, warum ich denke, gerade in der Industrie, es teilweise gefährlich sein kann, für Unternehmen, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die die Schlussfolgerungen machen, wie ihr sie jetzt gemacht habt, wenn wir zu dem Produkt zurückkommen, zum Beispiel Bodenschutzmatte, wo du sagst, ah, da ist so viel Potenzial, da mag viel Potenzial drin sein, aber dieses Produkt, das sind zwei Produkte, und die machen ungefähr 0,05 Prozent bei uns aus, das heißt, da wird einfach gesagt, Das ist eher B2C, gell? Ja, das ist ein B2C-Produkt, das ist nicht B2B, das verkaufen unsere technischen Händler, wir verkaufen das nicht, wir haben es auf der Webseite, und wenn du dann auch, ein Einzelkämpfer bist, dann musst du deine Zeit ja auch, ordentlich partitionieren, wo verständlich die Zeit, und das Lustigste ist, bei allen Analysen, hast du nicht einmal die Hauptprodukte, Produktgruppe, die über 80 Prozent unseres Umsatzes gemacht gefunden, und direkt auf der ersten Seite für alle relevanten Keywords, und das ist nämlich auch, wo das Search-Volume, das Search-Volume ist überall in den Bereichen, wo B2C ganz weit vorne ist, wie Schmutz von Matto und so weiter, mache ich zwar auch, kümmere ich mich drum, aber da ist dann die Gefahr, wo es darum geht, von den reinen Daten die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, und so weiter, aber schon sehr, sehr cool, das so zu sehen, und übrigens euer Tool ist, wir benutzen wie gesagt Zemrush, aber euer Tool kann schon ein bisschen mehr, ich glaube nicht, dass ich aber alle davon überzeugen könnte, zu wechseln, weil wir benutzen das halt für verschiedene Länder und Industrien, und da muss ich was nicht exaktieren. Wir können ja auch nicht mehr, wir können was anderes, also wir machen ja was ganz anderes als Zemrush, ich benutze ja Zemrush fast jeden Tag, das sind dann halt Budgetfragen allerdings auch. Sorry, das war ja auch keine, war ja auch keine Demo oder Sales-Volume. Nee, nee, aber das ist schon cool, was man da rauslesen kann mit euren Tools. Genau. Ja, aber was du da sagst, ist super interessant, das sind natürlich auch nochmal genau diese Insights, die man natürlich auch nochmal braucht, sozusagen, wir haben uns jetzt quasi irgendwie nur die Daten angeguckt, auch sozusagen, was erzählen die Daten für eine Story, und ich mag das auch wirklich sehr gerne. Aus der SEO-Brille vor allem. Ja genau, erstmal auch wirklich nur die SEO-Brille mal aufzuhaben, und einfach mal, was erzählen mir die Daten für eine Geschichte, und dann im zweiten Step diese Informationen zu bekommen, weil im Moment, wo ich die Informationen habe, gucke ich vielleicht mal die Sachen einfach gar nicht mehr an, weil ich sage, ja, das ist nicht relevant oder so, und vielleicht verpasse ich dann halt auch dementsprechend was. Aber das ist genau das Wichtige, was du da halt sagst, was natürlich auch ein gescheites Briefing, dann natürlich entsprechend, dann halt da ist, wo man auch wirklich sieht, da ist halt wirklich das Gold, das sind unsere bestkonvertierendsten Produkte, bei diesen Produkten verdienen wir das meist, haben die höchste Marge, also ist mir auch egal, dass es 10%, also was weiß ich, ein Zehntel des Suchvolumens halt hat, weil ich verdiene 100% mehr damit. Also genau solche Sachen sind ja natürlich da nochmal super interessant. Ja, und andersrum war es halt super interessant für mich, weil klar, normalerweise habe ich die SEO-Brille ja auch auf, allerdings mit so viel Firmeninterner mittlerweile, dass sie ab und zu ein bisschen verschwimmt an den Rändern. Und jetzt habe ich gesehen, ah ja, da sind schon ein paar Sachen, wo ich einfach nicht mehr hingeguckt habe, wo ich aber vielleicht öfter mal wieder hingucken sollte. Das ist dann also auch mal ab und zu so, die Company-Brille abzusetzen und die pure SEO-Datenbrille wieder aufzusetzen, macht auch schon einen Unterschied wahrscheinlich. Absolut. Ja, und es ist ja auch so, man macht es ja nicht. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt, ich würde sagen, drei Stunden mit deinem Account hier beschäftigt, der Alex ungefähr wahrscheinlich auch so um den Dreh. Also es ist ja nicht so, der Rüdiger denkt, ich habe heute mal einen Tag Zeit, weißt du was, ich mache mal ein komplettes Audit. Und ja, macht es mal ehrlich. Also das ist ja genau so dieser Punkt. Und genau so, wo wir jetzt hier sozusagen so besserwischerisch daherkommen, genau, würde das einer mit Right machen, würde da auch wieder so fünf, sechs Sachen finden, wo ich sage, ah damn it, shit, da habe ich auch schon lange nicht mehr hingeguckt. Ja. Genau. Das ist das Coole und darum ist es dann immer auch wichtig, immer möglichst viele Informationen reinzukriegen und das ist schon spitze. Geil. Der Samurai hat mir ja vorhin noch ein E-Mail geschickt gehabt, dass er seine Seite auch mal gerne einreichen würde. Das ist ja eigentlich schon mal sehr cool. Da machen wir das natürlich sowieso. Genau, da brauchen wir eine Freigabe, aber die E-Mail ist angekommen definitiv. Aber ich finde, man kann diese Gelegenheit auch super nutzen, um das jetzt auch mal zu promoten. Wenn jemand möchte, gerne eine Webseite bei uns mal einreichen, E-Mail schicken, dann machen wir das mit eurer Seite auch sehr, sehr gerne. Logo. Ich will ganz kurz noch die ganzen Shoutouts hier mit reinziehen. Hier, mega geiler Stuff. Vielen Dank und viel Glück an Rüdiger. Hallo, hallo. Danke, Armin. Ja, wir sprechen uns ja fachlich wahrscheinlich ab und an auch. Genau. Also ich glaube, der Armin, der hat sich da auch, kannte ganz viel dieser Keyword-Umfelder. War natürlich nochmal extra spannend. Genau, Applaus von Hans. Genau, auch Applaus an Hans. Surftipp, oh Gott. Okay, nein, das lassen wir wieder. Ich habe nur nackt gelesen. Überzogen, ich bin mit Schuld. Ach schmarrn, keiner ist schuld. Cool, dass du dich mit eingebracht hast, lieber Christopher. Genau, sonst werde ich schon langsam, langsam, langweilig. Genau, drei Daumen nach oben. Danke an Rüdiger für den Case und an Markus und Alex für die Analyse. Aber hallo, sehr gern geschehen. VOT, 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 for your information, was auch immer. Potenzial ist nicht zwingend, das Potenzial im Unternehmen. Da ist die vorherige Absprache wichtig, beziehungsweise der Abgleich muss final immer im Dialog mit dem Unternehmen stattfinden. Der Schluss ist meiner Meinung nach, der Schluss ist meiner Meinung nach nicht richtig. Der Rückschluss sozusagen wahrscheinlich. Ja, aber klar, also was, haben wir was anderes gesagt? Also man muss, ich meine, am Ende des Tages ist SEO auch eine Dienstleistung. Also ich meine, Cobra Europe ist ja kein SEO-Projekt. Ja, also das ist ja nicht so, hey, ich habe ja ein SEO-Affiliate-Projekt oder was weiß ich auch immer. Das darf man gar nicht aus der SEO-Brille sehen, sondern das ist das Unternehmen, das machen wir, das sind unsere Voraussetzungen, das wollen wir erreichen und SEO ist die Dienstleistung. Das, was wir da haben, hat bestmöglich dann auch sozusagen hier vom User da konsumiert werden kann. Und was man auch dazu sagen muss, wir sind ja jetzt in dem Zusammenhang keine Agentur, sondern wir sind ja quasi, wie wir schon gesagt haben, einfach mit der SEO-Brille mal drüber geschaut, geguckt haben, was können wir von Daten finden und dann wäre das jetzt eigentlich quasi die Aufgabe, entweder von dir, Rüdiger, oder von einer Agentur, dann das Ganze mit einem Business-Case in Einklang zu bringen, um dann eben die Maßnahmen abzuleiten. Ja, ja. Ach so, warte mal, er meinte hier, ich meinte seinen Rückschluss, aber mit der Agentur nicht sinnvoll. Ach so. Ach so. Das lassen wir mal klarifizieren. Wir hatten auch öfter mit Agenturen zusammengearbeitet und da es oftmals die Problematik ist, gerade bei sehr spezifischen Nischenindustrien, das Verständnis dann zu erzeugen auch, weil die sagen dann, oh, da schreiben wir jetzt den Content und dann liest du das nach und sagst, ja, leider habt ihr nicht verstanden, worum es geht. Und da gibt es, es gibt bestimmt auch Agenturen, die dafür geeignet sind, aber es gibt auch viele Agenturen, da mir bitte jetzt nicht böse sein, ich hoffe, niemand arbeitet in so einer Agentur, die sich aber selbst da ein bisschen überschätzen mit dem, was sie fachspezifisch schreiben können und bringen können. Aber hallo, es gibt doch einfach Agenturen, die rufst du an und sagen, hey, du musst gar nichts machen, du kommst einfach links. Ja, brauche ich. Du musst gar nichts machen. Du kommst einfach links und dann regst du besser für alles. Besser. Wir reden hier von unserer Agenturseite, super. Aber es ist wirklich, ich sage dir aber Spaß, das ist ja wirklich Realität, also das ist wirklich Realität und wird jeden Tag auch so gepitcht und gekauft. Also das ist wirklich sehr traurig für unsere Branche, aber anderes Thema. Die Pamela, hätte euch noch stundenlang zuhören können, mega spannend heute. Geil. Geil, das dabei warst du. Natürlich stundenlang, aber stundenlang hätte ich gar nicht mehr reden können, glaube ich. Der Ralf, vielen Dank für den interessanten Einblick, sehr gerne geschehen, lieber Ralf. Vielen Dank, war wieder spannend. Meint die Mandy, ich teste auch gerade. Ah, ich teste Ride auch gerade. Ja, ist sauber. Genau, also dann natürlich auch gerne jederzeit bei uns melden, wenn wir irgendwie weiterhelfen können. Der Samurai freut sich. natürlich wegen der Analyse. Du, wie gesagt, Ride-Kunde ist König. Da machen wir alles, was du willst. Achso, das war natürlich noch von Christopher, aber danke für den Audit-Vox, sehr gerne. Der Jakob sagt gar nichts, der ist wahrscheinlich sprachlos. Wir spielen lieber Leo, finde ich gut. Ist ja etwas sehr sprachloses. Auch die Cynthia, V-O-T, also irgendwie ist das, glaube ich, die gucken, welche Accounts sozusagen hier gelöscht werden und welche nicht, glaube ich. Mir fehlt nur noch die tägliche Dosis Jugendwörter. Das ist ein totaler Whack. Also ihr wisst ja, wir sind ja jugendliche YouTuber, der Alex und ich. Und deswegen passiert halt auch mal, dass wir Lütte-Jugendsprache hier verwenden. Kann passieren. Genau, der Rüdiger verdreht die Augen, so, oh Gott, nerdlich suchen uns, uns gescheit zu artikulieren. bei Nischen ist das Onboarding imminent wichtig, absolut, genau, also der Christopher weiß, wovon er redet, das ist klar Rüdiger, ich fühle mit dir, komme aus der Haustechnik Ecke, oje, oje genau, wahrscheinlich selber B2B, B2C, Problematik fand es aber sehr gut, vielen Dank, aber cool, dass du dabei warst toller Anerjöse, Jubel applaudiert, vielen lieben Dank, den Applaus nehmen wir gerne an, war ein Sticker achso, den hat einfach noch keiner gesehen, na der Jakob das ist auch so Jugendliche, die tun immer hier mit Stickern hantieren und was weiß ich auch immer Klasse, die Besonderheit im B2B in die Mitte gebracht, danke Weiko, der Weiko by the way Alex, der hat sich beworben hier Will ich euch auch nochmal sagen, nächsten Donnerstag, Maximilian Schimmer, meiner Meinung nach, bester, normaler Vortrag Vortrag abseits der Keynote von Bastian Grimm auf der SEO kommt, nächsten Donnerstag hier live bei uns und man kann auch seine Seite einreichen und dann nimmt ihr die Core Web Vitals eurer Seite unter die Lupe und das kann der richtig gut und besser als ich, das muss ich sagen definitiv besser als ich, der ist sensationell also freut euch auf nächsten Dienstag und bewerbt euch gerne genauso wie es der Weiko gemacht hat Der Weiko würde natürlich sagen, bewerbt euch nicht, damit er dran kommt, aber ja, egal Genau, schickt mir einfach eine E-Mail und dann nehme ich, berücksichtige euch einfach eine E-Mail an alex.write.com und die besten Seiten nutzen wir Oder der Weiko hat mir auf LinkedIn geschrieben das geht natürlich auch, genau Der Samurai freut sich, dass er jetzt weiter bearbeiten kann Genau, also wir haben auch jetzt wirklich eure Geduld ein bisschen überfordert hier, eineinhalb Stunden Aber ja, macht mir super Spaß, hat uns super viel Spaß gemacht Und ich glaube, wie gesagt, also auch danke nochmal Vielen herzlichen Dank und ich kann dir da wirklich nicht genug danken Lieber Rüdiger, dass du sich da wirklich dazu bereit erklärt hast das mit uns zu machen, also die Daten auch öffentlich hier quasi zu zeigen Wie gesagt, da gibt es immer so ein bisschen Vorbehalte weil die Leute, uh, und dann baut mir irgendwas nach Aber ich kann, ich glaube, ich kann garantieren, hier sitzt keiner und denkst so, boah, ich habe heute mal acht Stunden Zeit Was mache ich? Oh cool, ich mache jetzt mal ein B2B-Portal zum Thema Bodenschutzmatten, ja, weil jetzt habe ich hier gerade, macht ja keine Sau Und ich glaube, so lernen SEOs am meisten Also wie gesagt, ich sage ja auch nicht, dass das, was ich jetzt hier gemacht habe irgendwie so das Gelbe vom Ei ist oder was weiß ich auch immer Am Ende des Tages sind es immer noch 100 SEO, 101 verschiedene Meinungen Aber glaube ich, gerade zu sehen, wie SEOs etwas analysieren wie sie da durchgehen, wie sie bestimmte Tools auch nutzen Was für Überlegungen getroffen werden oder so Ich glaube, das hilft den Leuten eigentlich immer am meisten als so Makroanalysen Ah, guck mal, Pinterest ist gut, Airbnb ist schlechter geworden Ja, so what Ich glaube, gerade im Detail, der Teufel liegt da halt im Detail Und von dem her kann ich dir wirklich nicht genug danken Weil, wie gesagt, langfristig Kein Problem Wie gesagt, da haben wir auch was von Bitte was? Kein Problem, wie gesagt, da haben wir ja auch eine Menge von Und war, wie gesagt, super interessant mal zu sehen Weil man hat ja die eigene SEO- und Datenbrille auf Und dann mal zu sehen, wenn jemand mit einer anderen Brille drüber guckt Da sind es dann mal ein paar kleine, aber feine Unterschiede Aus denen man dann seine Schlüsse ziehen kann Und das kann ja nur zum Vorteil sein Absolut Genau Und genau Also von dem her, wenn ihr auch Bock habt Meldet euch gerne jederzeit bei uns Also entweder ihr seid Kunden Dann machen wir das sowieso Ich meine, der Kunde ist König Oder der Rüdiger, kein Kunde, will auch kein Kunde werden Da muss er halt die Daten für öffnen Ja wollen, das habe ich nicht gesagt Wollen will, da ist auch ein Weg Ja Aber ich glaube, der Rüdiger kriegt sowieso nochmal ein Goodie von uns Also ich würde mal sagen, also die Ridesuite für eine bestimmte Zeitraum umsonst Kriegen wir auf jeden Fall hin Und ein bisschen Swag können wir auch noch Gerade weil wir wieder Swag ist noch unterwegs Das hatten wir schon beim letzten Mal gesprochen Aber der Rüdiger Also vor allem, dass er auch vielleicht noch ein paar Insights auch damit arbeiten kann Ich glaube, das ist ja auch wirklich fair genug Genau, also das machen wir natürlich hier sehr gerne Dass du hier nochmal für eine bestimmte Zeitraum natürlich auch die Ridesuite weiter nutzen kannst Und natürlich auch im vollen Umfang Der Dirk fand es spannend, geil Der Dirk ist natürlich auch ein richtig alter Hase Also nicht, dass ihr denkt, er ist alt, sieht man in seinem Bild Er ist natürlich noch absolut in seinem, in his Prime Ja Und der jugendliche Dirk Sehr erfahrener SEO Vor allem, wie ihr beide auf die Daten schaut Vielen Dank, gern geschehen, lieber Dirk Und auch der Kai sagt Moin, du Wir sind gerade am Ende, aber cool, dass du jetzt einschaltest Ja, also In dem Sinne, wie gesagt Wenn ihr auch mal Bock habt Ja, lasst uns wissen Würde uns wirklich sehr freuen Und ansonsten war das heute die letzte Show für diese Woche Wir haben morgen nochmal 3.02 zusammen mit der Izzy Um 16 Uhr Und nächste Woche, Alex Ah, Moment Dienstag und Donnerstag Genau, Dienstag habe ich frei Also am Dienstag sind wir wieder für euch dabei Da machen wir eine News-Show Ne, passiert ja sicherlich auch nochmal irgendwas Und am Donnerstag, wie gesagt Dann der Vortrag von Maximilian Schirmer Core Web Vitals Beyond the Basics Bewerbt euch Das ist richtig cool Achso, kann man diese Analyse auch privat bekommen? Ja, also wie gesagt Für Reitkunden kann man sowas machen Ähm, und Toilette Genau Too late Nicht too, too late Egal Toilette Toilette Ähm, genau Kennst du auch diese neue Kaffeesorte? Die trinken alle voll gerne Diese Togo Oh, der tut weh Die Witze werden schlechter Ihr merkt's So, die Leute gehen auch gerade alle raus Also von dem her, danke Ähm, das war der Das war der Rausschmeißer Also wie gesagt Morgen, 3 Uhr, Tor für kein Oder am Montag Am Dienstag wieder mit uns Die tägliche Dose SEO Wie gesagt, nicht am Montag Äh, da müsst ihr die Träne verdrücken Und auf Dienstag warten Aber das schafft ihr schon Ähm, in dem Sinne Wir freuen euch Wir freuen uns Euch nächste Woche wieder zu sehen Nochmal einen herzlichen Dank An den Rüdiger Und ich hoffe, euch hat's allen Spaß gemacht Bleibt's gesund Happy Optimizing Macht's gut Ciao Viel Spaß im Schnee Ciao Tschüss Und